Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Spektrum, das Format für die Jungbrutal, Marktradikal, zu Jung, zu Brutal und zu Marktradikal ist. Wobei mein Gast wird das vielleicht auch hier ändern. Ich habe mir heute den Kunawa eingeladen. Hallo Kunawa. Grüezi miteinander. Das ist der Akzent, den ich hören wollte. Ja, wir sprechen heute über deine Auswanderung nach Texas. Die war ja, die habe ich ja live mitverfolgen dürfen, mehr oder weniger. Und ja, jetzt wollen wir mal für die anderen deine Eindrücke, deine Beweggründe, deinen Weg ein bisschen ausschmücken für sie. Und ja, ich weiß gar nicht, sollen wir dich nochmal kurz vorstellen? Du heißt Kunawa, du bist so im mittleren 30er-Jahre-Alter, ja? So korrekt, ja. Ledig, keine Kinder, niemals verheiratet. Keine Schulden. Du stehst zumindest auf meinem Tinder-Profil. Keine Schulden. Ja, sehr gut. Und eine Fachkraft, eine sogenannte. Fachkraft für Lagerlogistik. Ne, gut. Ja, wo fangen wir an? Irgendwas, irgendwas muss dich getrieben haben. Irgendwas hat... Irgendwas hat... Bestimmt. Deutschland hat mich getrieben. Vor allem der Auslöser war ja dann mal wieder die Corona-Politik und unsere unglaublich wunderschöne neue Regierung, die alles richtig macht und die beste Regierung aller Zeiten, die wir je hatten. Ever. Überhaupt. Und die beliebtesten finde ich ja auch. Ne, also der Plan, dass ich irgendwann mal noch, ich sag mal, bevor ich in Rente gehe, vielleicht da mal was anderes sehe aus der Europa und Deutschland, den gab's schon länger und ich bin kein großer Asien-Fan, muss ich dazu sagen. Wir können gleich da was dazukommen. Es gab ja auch eine Frage dann am Ende, warum gerade das Text noch geworden ist. Das können wir dann später machen. Und der Auslöser des Ganzen war dann wirklich die Thematik mit der ganzen Corona-Scheiße. Ich war ja dann auch im Zwangshomeoffice, weil ungeimpft und keinen Bock hatte, mir jeden Tag ein Stäbchen reinzulöten. Da hab ich gesagt, nee, Leute, ich hab auch keinen Bock, irgendwie 24-7 Homeoffice zu machen, weil das nervt mich. Und mein Arbeitgeber, mein damaliger Arbeitgeber hat dann auch da so ein bisschen mitgemacht, großer Konzern. Und ich hatte da einfach keinen Bock mehr drauf. Die Leute, die Gesellschaft, die Leute sind vollkommen abgedreht. Also wenn wir nachher vielleicht einen Vergleich machen zwischen der texanischen und der deutschen Gesellschaft, das ist halt, das kannst du nicht miteinander vergleichen. Das sind andere Menschen einfach. Und ja, und dann irgendwann kam mal der Punkt, jetzt muss ich mal gucken, jetzt muss ich mal Butter bei die Fische. machen. Und dann hat es halt so angefangen, wie es immer anfängt. Man guckt halt mal bei Indeed, was gibt's da so, gibt's da irgendeinen Job? Weil ich muss ja, man kann einfach in die USA einreisen, man muss ja irgendwie, also mit dem Ester und Touristenwiesel, bla bla bla. Aber wenn man länger bleiben will, braucht man halt einen Job. Aber USA war von Anfang an, klar, auch Texas? Ja, da kommen wir später zu, warum es dann die USA geworden sind. Das würde ich dann ein bisschen hinten anstellen, weil das, glaube ich, eine Frage noch war. Ja, klar, natürlich. Deswegen, ich will mich nicht wiederholen. Oder wir lassen die Frage am Ende weg. Ja, wir lassen die Frage einfach weg. So, Pech gehabt. Aber es kam mal dann so, du guckst halt ein bisschen rum und dann findest du halt Jobangebote, die so auf dein Profil passen. Du denkst dir jedes Mal, warum sollte eigentlich ein amerikanischer Arbeitgeber, der mich nicht kennt, einfach random mir das Visum besorgen, mich herholen, was ja ultimative Aufwand und Kosten für den Sinn, für den Gamble, weil er keine Ahnung hat, wer ich bin. Ich dachte, das würde nicht funktionieren. Also das war meine Denke zumindest. Und dann habe ich mich erinnert, dass ja eigentlich mein ehemaliger Arbeitgeber, von dem ich mich getrennt hatte, nicht im Schlechten, sondern einfach nur deswegen, weil ich halt ein Angebot bekommen habe, das deutlich höher vergütet war. Das heißt, ich bin halt eine Hure und bin halt dahin gegangen, wo es mir keine Kohle gibt. Ein Golddigger. Und dann habe ich gesehen, dass die, ich weiß, dass wir hier in Texas auch eine Subsidiary heißt, eine Tochtergesellschaft haben. Und ich kenne den Länderchef hier oder den Vice President, um es genau zu sagen, und habe mir gedacht, okay, guckst du mal auf der Website, da suchen die noch Leute. Und ja, da haben ziemlich viele Leute gesucht. Und dann habe ich ihn halt mal angerufen und gesagt, hey, hey, jo. Und ich habe relativ mit offenen Karten gespielt, gesagt, die Politik in Deutschland geht mir vollkommen auf den Sack. Ich bin umgeimpft, ich will aus Deutschland raus, ich mag das hier alles nicht mehr. Und ich habe gesehen, ihr sucht Leute. Wie sieht es aus? Da ging es eigentlich relativ schnell. Das heißt, er hat sich halt nochmal erkundigt bei meinen direkten Kollegen, wie meine Arbeitsleistung so war und wie denn, warum ich gegangen bin und so. Natürlich ja wieder ein bisschen Due Diligence machen. Hat dann einen Tag später oder zwei Tage später zurückgerufen, ja, machen wir. Ja, geil. Das war jetzt kein großer Bewerbungsprozess, sagen wir es mal so. Du musst halt dann nochmal mal einen englischen CV schreiben, damit das halt dokumentatorisch alles richtig läuft und blablabla. CV ist ein Lebenslauf. Ein Lebenslauf, ja. Circulum Vitae ist ein Lebenslauf. Sagst du hier nur CV? Das sagst du im Deutschen aber auch schon eigentlich. Aber ist egal. Ich bewerbe mich nicht so häufig. Ja, stimmt. Dann kommen wir, dann kommen wir, ja, da war noch die Frage, ja, wie machen wir das denn alles? Also die Regel besteht ja, du kannst in die USA nicht einreisen, wenn du nicht geimpft bist. Das ist ein Federal Law, das hat, da hat der State nichts mit zu tun. Ja. Nur für die, die es nicht wissen, Federal ist Bundesgesetzgebung und State ist halt der Bundesstaat, in dem ich bin, Texas dann. Kommen wir nachher noch ein paar Mal drauf. Das heißt, ja, gibt Gesetze, die halt Federal sind und Gesetze, die halt State Law sind und das kann sich auch teilweise widersprechen und Federal schnicht dann halt State Law aus. Genau. Und dann war halt die Frage, ja, muss ich mich irgendwann mal impfen lassen? Hm. Dann habe ich mich offiziell impfen lassen. Das heißt, ich habe alles ganz, ja, dann kam die Frage nach dem Visum. Also Ziel ist ja, die Green Card zu bekommen, die Arbeits-Green Card. Es gibt noch andere, es gibt noch eine Investitions-Green Card, da musst du, glaube ich, ich bin mir ganz sicher, wie die Zahlen sind, eine halbe Million in eine strukturschwache Region investieren. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt, ne? Dann gibt es halt diese Familienzusammenzug-Screen Card, ne? Also wenn du hier einen amerikanischen Staatsbürger kennst und kannst ja dann Familienzusammenzug machen, das ist das Einfachste, das wird dann noch ausgestellt, dauert halt ein bisschen. Dann gibt es jetzt die Arbeits-Green Card und die Green Card-Lotterie, wo du dich einfach bewirbst sozusagen und wenn du Glück hast, kriegst du es halt. Die Lotterie ist halt ein Gamble. Die Arbeits-Green Cards sind relativ schwer zu kriegen, wenn du nicht schon in den USA bist oder ein Vor-Visa hast. Da kommen wir gleich nochmal zu. Also sind wir bei dem normalen Arbeits-Visum gelandet, die heißen H-Visen, also H1B, H2B, wie auch immer. Könnt ihr nachlesen, ich erkläre euch jetzt nicht alle, das ist halt so fährdödelkacke. Problem ist bei diesen Visas, dass die sind kontingentiert. Das heißt, man hätte sich bewerben können für, wir hätten auch eins bekommen, weil wir alle Voraussetzungen erfüllen, aber es hätte sein können, dass in diesem Jahr kein Kontingent mehr frei ist. Also hätte ich ein Jahr warten müssen. Sowohl mein Arbeitgeber als auch ich wollten das aber schneller durch die Bühne bringen, also haben wir einen Zwischenschritt gemacht und haben ein sogenanntes E-Visum genommen erstmal. Das heißt, ich bin in Deutschland noch angestellt, mein deutsches Konto, meinen deutschen Lohn, obwohl ich hier ganz andere Sachen verhandelt habe, aber da kommen wir gleich zu. Bin mit dem E-Visum rüber, das heißt, wenn die mehr als 50% Anteile des Tochterunternehmens der deutschen Firma gehört, kann die einfach Leute rüber schicken. Unbekannt, keine Kontingente. Du gehst einfach kurz zum Konsulat, hast ein paar Dokumente dabei, das dauert eine Stunde bis zwei vielleicht, dann geben die den Stempel drauf, kriegst deinen Reisepass zurückgeschickt, hast dein Visum fertig. Kannst einreisen, Punkt. Aha, okay. Genau, dann habe ich, wie gesagt, meinen alten Job gekündigt gehabt, habe das alles nebenher parallel gemacht, habe noch ein paar Sachen verkauft zu Hause, habe das Glück, dass meine Familie Wohneigentum hat, das heißt, ich musste halt nicht den ganzen Hausstand auflösen, sondern konnte halt viele Dinge daheim lassen und sagen, mein Vater hat gesagt, hier, ich kann nicht alles mitnehmen, ich will auch nicht alles verkaufen. Wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin, nehme ich halt leere Koffer mit und komme mit vollen Koffern zurück, dann ist das alles gut. Ja. Habe mir mal einen Flug gebucht und war dann hier. Also kurz um. Wobei da war ja noch, ja, war ja noch die Impfhürde und du hattest auch noch ein paar Impfungen auch nachzuholen, die für die Einreise in den USA nötig waren, richtig? Nee, das war eine Fake News, auf die ich reingefallen bin. Ach so, okay. Ja, also mandatory, also die Zwangsimpfung ist wirklich nur die Corona-Impfung, alles andere ist optional. Ah, okay. Ich hätte dann vorher bei meinem Hausarzt nochmal mir für den unglaublichen Free-Health-Care, deutscher Free-Health-Care-Betrag von irgendwie 30 Euro mir eine Beratung geben lassen, was denn in Nord-Texas denn sinnhaft wäre und meinen Impfpass gezeigt und pipapo und hat gesagt, ja, eigentlich brauchst du nichts. Er würde mir empfehlen, noch das und das und das zu machen. Da aber dann mein Time-Schedule ein bisschen enger geworden ist, weil es dann nicht mehr der 1.7., sondern irgendwann der Mitte Juni geworden ist, Ende Juni, ging das dann alles nicht mehr so hin, weil du kannst ja dir nicht alle Impfungen gleichzeitig reinballern lassen. Ja. Da habe ich mir gedacht, ja, okay, dann lassen wir es halt und ich meine, es war ja nur optional, ich gehe das Risiko jetzt, das ist mir wurscht. Und du bist jetzt praktisch bei deinem Arbeitgeber in Deutschland angestellt und die haben dich entsendet. Genau, ich habe einen ganz normalen deutschen Arbeitsvertrag, habe einen aufgesetzten Entsendungsvertrag, das heißt, da sind nochmal ein paar andere Dinge geregelt und ich habe ein sogenanntes Letter of Understanding, das heißt, da ich ja die Weisungsbefugnis jetzt nicht mit meinem deutschen Chef hatte, sondern mit meinem amerikanischen Chef, muss der halt so ein paar Regeln festlegen, wie von wegen die ganzen Compliance-Themen in den USA und was auch immer. Und wem berichte ich und wie ist hier der Ablauf, wann muss ich Urlaub beantragen und alles so gedönselt. Einmal nur nochmal so ein Informationsblatt, dass du da schreibst, ja, okay, ich kenne die Regeln hier in den USA, die sind halt anders als in Deutschland. Hier sind sie einmal runtergeschrieben, akzeptiert, Haken dran. Um beim Beruflichen jetzt erstmal zu bleiben, also der Vertrag würde dann quasi dann im Laufe des Jahres, wenn du in den USA dann tatsächlich eine Green Card kriegst, würde der dann umgeschrieben auf das Unternehmen in den USA oder wie sieht das aus? Ja und nein. Es wird gerade geprüft, also meine Firma arbeitet da mit einer Anwaltskanzlei zusammen, die sich halt auf dieses Immigration-Thema spezialisiert hat und die machen das jetzt auch zum ersten Mal mit mir, die haben bis jetzt nur Leute entsendet, aber auf den Weg mit Entsendungen dann rein. Und momentan sieht es so aus, als würden wir vorher den amerikanischen Arbeitsvertrag machen. Das heißt, ich kündige dann in Deutschland, bleibe aber hier und kriege den amerikanischen Arbeitsvertrag, aber noch mit dem Entsendungsvisum, weil das ist ja noch gültig. Ja. Und dann über den Schritt dann auf das, entweder direkt die Green Card, das prüft gerade die Immigration, der Immigration Lawyer, oder erstmal über das H-Visum. Weil über das H-Visum ist sozusagen die Vorstufe vom Green Card, du kannst es überspringen, aber es kommt da immer auf die Kontingente an und ganz viele rechtliche Sachen. Ich will hier niemanden nerven, ich kenne sie auch nicht 100 Prozent, deswegen muss ich hier Scheiße erzählen. Ja, aber das ist ja auch immer ganz interessant für Leute, die das ähnlich machen wollen vielleicht. Also ich meine, gerade da hast du ja mit deinem Arbeitgeber riesig Glück, dass der dir da auch so zur Seite steht und dir da bei allem Möglichen hilft und diesen ganzen Hassel einfach mitmacht auch. Das ist ja auch jetzt nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Das hat halt den Vorteil, dass er weiß, wie ich arbeite und den Folge halt kein, wer heißt das, Wolfs-im-Schafspelz gekauft hat, weil er weiß halt genau, okay, den Konar war, den musst du mal, den? Ja, genau. Also die kennen mich, die müssen mit mich einarbeiten. Ich meine, ich sage mal offen, ich bin ein IT-Consultant, das heißt, ich kenne das Produkt, das wir vertreiben. Ich hatte zwei Projektleitungen inne in Deutschland, das heißt, die wissen halt, wie ich arbeite und dass ich das System kenne, also müssen die mich nicht von Wull auf nochmal anlernen. Und die kennen meine Arbeitsweise. Und es scheint ihnen so gefallen zu haben, dass sie das halt relativ schnell über die Bühne bringen wollten. Insofern, alles gut. Ja, nicht schlecht. Ja, dann war irgendwann, also du sagtest ja, im Prinzip war es nur ein Amtsgang hier. Du hast dein Visum bekommen mit deinem Entsendungsbescheid und konntest praktisch dann deine Tickets buchen und in die USA fliegen. Und ja, wie ist das so von statten gegangen? Was hast du da erlebt? Was waren deine ersten Eindrücke so? Die allerersten Eindrücke, da ich gelandet bin, meinst du jetzt? Ja, oder auch flugtechnisch oder was auch immer. Ja, das war erstmal ein Riesenabfuck, weil die Lufthansa, dieser Staatskonzern, leider auf diesem elfstündigen Direktflug auf die Idee kam, dass es eine Maskenpflicht gibt. Ah, ja, okay. Ich habe Deutschland verabschiedet, während dem ganzen Flug elf Stunden eine verkackte Maske zu tragen. Zum Glück keine FFP2, zum Glück war es nur so eine medizinische Maske. Immerhin. Aber Leute, das war nochmal so dieser letzte Abfuck, wo Deutschland nochmal gesagt hat, komm, wir ärgern dich nochmal. Ich bin ja, ihr weißt ja, ich bin ja nikotinabhängig, das heißt, ich bin ja dampfbar und ich mag ja eh schon elf Stunden nicht. Und dann komme ich dann da, fliege ich dann da, kann ich... Bist du gerade kurz raus? Ich habe gerade die Maske auf, haben wir gedacht, Leute, ich... Also, ja, nee, kein... Thematisch, komm, man... Maskepflicht und Geruch, nee, möchte ich nicht. Du warst ja vorher noch nicht in den USA und auch nicht in Texas, ne? Nein, ich war, ähm, also ich kann es ja vorher sagen, ich war einmal eine Woche in China, ich war ungefähr ein Jahr in Tschechien und ansonsten halt nur Urlaub, Italien, Gran Canaria und so weiter, Österreich, Schweiz, blablabla. Aber nur so Urlaubssachen. Also, mainly Europa, einmal in China und sonst nirgends. Ich bin relativ daheim. Das ist ja auch relativ mutig, finde ich so. Also, oder, ja, manche würden es vielleicht auch irgendwie fahrlässig oder naiv nennen, aber ich nenne es mutig, einfach in ein Land zu gehen und dann da auch schon festzuarbeiten, auf jeden Fall schon mal mindestens ein Jahr zu bleiben, ohne das jemals gesehen zu haben. Also, ja. Aber gab es da irgendwie Überraschungen bei dir so, die du erlebt hast? Man muss ja sagen, wir hatten ja vorher ein bisschen vorbereitet. Das heißt, es gibt ja YouTube und es gibt halt irgendwelche Blogs, die das schon mal gemacht haben und so und es gibt ja so Leute wie diese Kulturunterschiede und Pipapo. Die sollte man sich schon anschauen. Also, die meisten sind gar nicht so unrealistisch. Also, du kriegst dir schon, es ist schon vieles anders. Also, wir kommen vielleicht dann später mal so ein bisschen in die Einzelheiten rein, aber es hat definitiv geholfen, dass du andere Auswanderer irgendwie deren Blog gelesen hast oder mal geguckt hast, wie bei YouTube irgendwelche Leute, die seit fünf Jahren in den USA leben, was die so sagen und so. Und ich habe ziemlich ähnliche Blick drauf gehabt, nur dass ich das halt politisch aus einem anderen Blickwinkel mehr so ein bisschen gesehen habe. Das Erste, was mir aufgefallen ist, das Allererste ist, die USA ist nicht raucherfreundlich. Okay. Ich wollte natürlich gleich am Flughafen mir eine Dampfer anmachen. Es gibt in den ganzen USA in keinem Flughafen einen Raucherbereich. Du musst raus. Und selbst wenn du draußen bist, kannst du nicht überall draußen, sondern du musst in einen, wie bei uns beim Bahnhof, so ein Kieck, so ein Ding, wo du reingehst. Das war's erst mal gemacht, wobei ich sagen muss, dass der Amerikaner, sobald der draußen ist, schon ein bisschen drauf scheißt. Ja, ja, it's a law, ja, ja, nerv mich nicht. Und das sagt auch keiner was. Also es ist auch keiner da, der sagt, natürlich dürfen die, aber nie rauchen, ja. Die anderen ignorieren das halt einfach. Sobald die vielleicht nicht den Dampf oder den Rauch ins Gesicht gepustet bekommen, ist es denen egal. Ja. Was dir als zweites auffällt, ist, dass die Autos hier alle dicker sind. Also alle. Es gibt hier, ich habe hier noch keinen Kleinwagen gesehen. So ein Ford Fiesta oder so ein Opel Corsa, so diese Größe oder dieser VW-Up, das gibt's hier nicht. Also ich habe noch keinen einzigen gesehen. Ich glaube, das kleinste, was du kriegst, ist so ein Toyota Corolla. Das ist so. Ja. So ein Auto hier, so ein Toyota Corolla. Ich war jetzt beim Kunden in Boston auch. Du merkst aber auch Unterschied zwischen den Staaten. Also Massachusetts hat viel mehr kleinere Autos, also wieder diese Toyota Camry, Honda, Hyundai und was auch immer. Und hier in Texas hast du viel, viel mehr von den großen Pickups. Und Mustang und V8 Motoren und ist schon ein bisschen anders. Und hier ist der Sprit natürlich billiger als in Boston. Ja. Ja, aber du hast ja auch gemerkt, dass die Menschen da auch anders miteinander umgehen. Also in Deutschland kennt man das ja nicht mehr, dass man sich grüßt oder so. Aber das scheint ja zumindest da, wo du dich bewegst, anders zu sein. Ja. Also wenn du random, also erstmal, wenn du draußen läufst, das ist schon mal was komisches, weil der Amerikaner fährt eigentlich Auto, auch wenn es nur ein paar... Okay, gut. Ja. Und vor allem in Texas, weil die klimatisiert sind, die Autos, ne? Weil sie klimatisiert sind und weil es nicht überall Gehwege gibt. Also wenn ihr Gehwege sucht, ja, können kompliziert werden. Also wir waren gestern, ich war gestern mit der Kollegin in einem Red Robin essen. Das ist so ein Burger-Restaurant, kannst du sagen, so eine Kette mit einer angeschlossenen Bar. Ist egal. Wir waren aber da. Das ist hier gleich, das ist zehn Minuten weg zu Fuß, ja. Ja, komm, da laufen wir hin. Ja, müssen wir aber einmal eine Straße überqueren. Aber da gibt es halt keine Ampel und keinen Zebrastreifen. Ja, okay. Du musst halt jetzt irgendwie über eine vierspurige Fahrbahn laufen. Irgendwie. Aber ohne Start, wer baut denn dann die Straßenübergänge? Es ist halt so, weil wahrscheinlich ist kein Bedarf da für Leute, die laufen gehen. Wenn du aber dann Leute auf dem Gehweg triffst und so, eigentlich grüßt dich jeder. Also wenn die da noch merken, du hast irgendwie einen Akzent oder was auch immer, dann fragen die mal nach, wo du herkommst. Also es sind alles Rassisten. Ja. Die fragen, wo du herkommst. Geht gar nicht. Mikroaggression pur. Am meisten, wenn du sagst, ja, aus Deutschland. Manche sagen, oh ja, habe ich mir gedacht, ne, vom Akzent her und so. Und dann kommen andere, die erzählen halt Storys, dass sie in Deutschland mal stationiert waren in Rammstein oder in der Oberstelle oder was auch immer. Oder dass sie aus Afghanistan zurückgeflogen sind oder und dann eine Nacht in Rammstein waren. Die erzählen dir halt irgendwelche Storys, die reden halt kurz mit dir. Es ist sehr oberflächlich, aber es ist halt nicht. Genau. Also es sind so, so keine irgendwie, oh, du bist Deutscher, was machst du hier? Sondern so, ey, cool. Wir waren jetzt vor kurzem im Costco einkaufen. Costco ist so ein Großhandelsmarkt dafür, das ist so wie eine Sellgroß, da brauchst du so eine Mitgliedschaft, die kostet 60 Dollar im Jahr. Das ist meine Costco-Karte. Ich steißelt mal in die Kamera auf die umbasiert. Mit Bild. Und das sind halt so Großpackungen immer. Dann sind wir auch rumgelaufen, habe mich halt mit der Kollegin auf Deutsch unterhalten, weil die halt auch Deutsche ist, mit der ich gerade zusammen wohnen im Apartment. Und dann, ja, dann kommen halt Leute auf dich zu. Das ist halt ganz normal. Und auch sowas wie, wenn dir einer im Weg rumläuft, dann entschuldigt er sich. Also wenn ich nicht gesehen habe, dann entschuldigen die sich einfach. Das ist halt einfach, ja, entweder no problem oder, ne, das ist halt so dieser Standard. Das ist halt alles so ein bisschen vielleicht oberflächlicher. Das kann ich noch nicht so genau beurteilen, aber es ist halt viel freundlicher. Also da ist keiner rum, der rummerkert. Hier gibt es auch ein paar abgebrochene Personen, definitiv. Also es gibt hier Storys, dass Leute, dass Obdachlose sich in Walmart setzen, an die, wo es die Eiscreme ist, sich eine Eiscreme rausholen, die Löffel und die halt nicht bezahlen und die dann rausgeschmissen werden. Ja, gut. Ja, aber immerhin wird durch die Polizei gerufen. Ja, Polizeipräsenz. Ja, also genau, sagen wir mal so, das war es erstmal. Was mir dann aufgefallen ist, die Preise sind eigentlich alle an jeder Ecke teurer. Aber da kommt auch eine Frage wegen den Lebenszahlungskosten nachher, die ich gesehen habe. Ich glaube, dann machen wir das mal. Und der Straßenverkehr ist definitiv anders. Eine Fahrgruppe in den USA oder in Texas weiß ich es zumindest, die ist ja jeder Staat zu Staat unterschiedlich, ist so, du machst ein Multiple-Choice-Test mit ein paar Fragen. Die sollen jetzt nicht so schwer sein, muss man sagen. Dann kommst du mit deinem eigenen Auto zur Fahrprüfung. Also, das heißt, du wirst von einem hingefahren, steckst dir ein Auto in so einem Bereich, fährst irgendwie dreimal um den Kreis auf gut Deutsch und dann sagt er ja, hier ist die Püresche an. Und so teilweise fahren die Autos auch. Also die wissen jetzt nicht unbedingt, wie man ein Blinker bedient oder... Ja, gut. Wobei das auch... Ich weiß ja nicht, ob sich das häuft, aber das ist ja in Deutschland mittlerweile ähnlich. Also, da hat man ja auch teilweise das Gefühl, die Leute haben irgendwie ihren Führerschein im Dotto gewonnen oder so. Ja, ist schlimmer. Ja, ist schlimmer. Ja, okay. Ja, ja, ist schlimmer. Und was halt richtig... Ja, mach durch. Ne, was richtig ankotzt, das muss ich wirklich sagen. Eine der Dinge, unbegrenzt fahren auf der Autobahn. Das gibt es ja nicht. Also, Texas hat ja maximal 85. Meine Arbeitsstrecke ist ein Interstate. Das sind 70. Das sind ungefähr, was sind das? 130, 130 kmh. Und Texas ist halt flach und steppig. Und das geht ja einfach nur geradeaus. Das heißt, du wirst ja mit 135 eine elends lange, breite Straße geradeaus. Nächste, so... Ja. Also, da kann man auch mal einen Podcast hören nebenbei. Es hält sich aber auch wieder keiner an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Also, du fährst zehn Meilen zu schnell und du wirst immer an jeder Ecke überholt. Nächste, so... Ja, okay. Ich weiß halt nicht, wo die Polizei steht. So, ihr wisst es vielleicht, aber ich bleib bei zehn Kamer zu schnell, das reicht schon. Ah, zehn, meine Frau war zu schnell. Entschuldigung. Nicht schlecht. Ähm, ja, was gibt es sonst noch für erste Eindrücke? Ähm, bezüglich, ja, weiß ich nicht, ähm... Also, wir haben Leute, wir haben Grobstraßenverkehr. Du hast, du hast so, so viele Storys schon erzählt, auch im Jungen-Butter-Markt-Radikal und auch auf dem Server und so. Man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll. Ähm, man könnte... Könnt ihr... Bitte? Könnt man mit der Esskultur anfangen. Die ist auch... Bevor wir zur Esskultur kommen, nochmal ganz kurz, ähm, wie war denn die Situation, nachdem du da angekommen bist? Also, ähm, du warst ja erst in einem Hotel untergebracht, äh, wenn ich das richtig, äh, verstanden habe. Ja, war ein bisschen komplizierter noch. Ähm, ähm, ich bin, äh, an einem Sonntagabend angekommen, ähm, ähm, bin dann, hab mir nur für zwei Nächte, hab ich, glaube ich, ein Motel genommen. Also, das ist sozusagen ein Motel in Billig. Ja. Das war auch sehr billig, aber... War okay. Die Klima war ein bisschen laut, äh, na, ein bisschen ist... So ein LKW, ist egal, der neben deinem Bett steht, ist, was du da angekommen hast, ist, egal. Waren halt nur 30 Dollar die Nacht, insofern ist okay. Kann man mal mitleben. Äh, ich war eigentlich nur da, zwei Tage im Büro, um meine Social Security Nummer zu beantragen, weil die dauert immer ewig. Und das ist das erste, allererste Dokument, da kommen wir zu der Dokumenten-Arie, die man auch braucht. Ohne die, gar nichts. Das heißt, du fährst zu einem Social Security Office, das für dich zuständig ist, in deinem, deinem County, ähm, musst gucken, ob du einen Termin machst oder ob du einen Walk-In machst. Walk-In heißt, du kommst einfach rein ohne Termin. Mhm. Die schreiben die meisten auf ihre Webseite, dass Walk-Ins jetzt wieder möglich sind, ähm, oder halt, sie schreiben rein, und wenn die möglich sind, komm früh, am besten bevor der Laden aufmacht. Ja. Vor allem, wenn es um Führerscheine geht, da kommen wir auch noch gleich drauf. Ähm, dann, dann gehst du halt dahin, musst zwei Dokumente vorbereiten, einmal deine, deine Immigration, also, dass du durch die Immigration durch bist am Flughafen und sozusagen, dass da nochmal die Informationen stehen, ja, der ist legal hier eingereist. Mhm. Einmal so eine Form, die die, die aber von der Webseite haben, die du einmal Ausfüllen machst. So, wo wohnst du gerade, Geburtsdatum, Name der Eltern, wann sind die geboren? So, so ein bisschen Zeug, ja, also, Zeug. Genau, die Social Security Nummer, äh, Karte, die dauert, sie sagen immer, eine Woche. Es waren dann vier. Oh. Und weil wir wussten, dass es vier werden, ähm, bin ich vorher da gewesen, weil ich ja danach eine Woche, ähm, einen Kundenbesuch. Also, ich war bei einem Kunden in Boston, bin dann sozusagen dann nach Boston geflogen, hab da eine Woche lang beim Kunden verbracht und bin dann wieder zurückgeflogen. Und danach hat es noch drei Wochen gedauert, bis die da ist. Ähm, als ich aus Boston wieder war, Boston klar Hotel gehabt, dann hat mein Arbeitgeber, wir hatten das Agreement, dass er, solange ich noch den deutschen Arbeitsvertrag habe, äh, mir die Unterkunft zahlt. Mhm. Das heißt, er hatte aber das Hotel gebucht, weil ich kenne mich ja hier nicht aus von Deutschland, das heißt, ich habe keine Ahnung, wo der beste Spot ist. Und wir haben irgendwie mit Marriott Hotel so eine Rahmenvereinbarung und dann haben die halt ein Marriott Hotel irgendwo da in der Nähe der Arbeit gesucht. Also, in der Nähe hieß, eine halbe Stunde weg ungefähr mit dem Auto. Ja. Was okay war. Ähm, da habe dieses Marriott Hotel auch einen Hunni die Nacht gekostet hat. Äh, und meine Kollegin dann noch kam aus Deutschland, die nur übersendet ist, also die bleibt nur ein Jahr, äh, war es dann so, dass wir gesagt haben, ja, ja, gut, das wird aber auf Dauer ein bisschen teuer, ne? Wollen wir nicht mal, wollen wir nicht mal gucken, dass ihr, dass ihr ein Apartment sucht. Dann haben wir gedacht, naja, gut, holen wir uns jetzt alle ein einzelnes Apartment und müssen das selber einrichten. Dann gucken wir, dass wir irgendwie so ein Two-Bedroom-Two-Bathroom-Apartment bekommen, das möbliert ist, was wir jetzt auch haben. Ja. Und der Arbeitgeber bezahlt es halt, ne? Das heißt, der Arbeitgeber hat einen Vertrag mit dieser Agentur. Ich wohne gerade aktuell in einer wirklichen, einer gated Community. Was ja base ist. Was eigentlich ziemlich geil ist, weil, äh, hier sind halt der Pool und der Fitnessraum, nur für die, die hier wohnen, ne? Also du kommst ja aber nicht rein. Und, äh, und dann, und es hat alles möbliert und, äh, ja, gut, die Qualität ist halt alles ein bisschen anders, ne? Die Amerikaner bauen ein bisschen luftiger, ist mal nett zu sagen, auch nicht immer so gerade, also da hängt auch mal eine Steckdose schief und so, aber das ist hier normal, also. Okay. An Qualitätsansprüche brauchst du nicht in Amerika erwarten, egal, ob welchen Bundesstaat es ist. Also ich hab jetzt bis jetzt, wie gesagt, ich war in Connecticut, äh, Massachusetts und Texas und ich hab jetzt noch nicht entdeckt, dass das irgendwo anders ist. Mhm. Ähm, genau. Ja, jetzt sind wir hier, haben schöne Glasfaserleitungen, was sehr nett ist, ne? Sehr gut. Ähm, Handy und so weiter kostet auch mehr, aber kommen wir auch nochmal gleich zu, wenn wir auf die Kosten eingehen. Ja. Ähm, genau. Und, genau, jetzt kommt die Social Security Karte. Also die ist das Wichtigste, ohne die kannst du kein Bankkonto eröffnen. Ja. Du brauchst also deine Social Security Nummer, die muss valid sein und dann kannst du ein Bankkonto eröffnen. Dann gehst du zur Bank, öffnest, wenn du die Karte hast, dein Bankkonto. Da gibt's den sogenannten Checking Account, das ist dein normales Girokonto. Mhm. Dann gibt's noch die Credit Card. Im Vergleich zu deutschen Credit Cards kannst du kein Geld auf eine Kreditkarte laden. Die Credit Card gibt dir einen Credit und du musst die ausgleichen, irgendwann mal, sonst zinsen. Ja, das ist ein Unterschied und die Gebühren sind hier deutlich teurer. Also wir sind gebührenfrei, wenn wir am jeden Tagesstart mindestens 1500 Dollar auf unserem Checking Account haben. Aha. Ansonsten verlangen die im Monat, glaube ich, 50 Dollar oder so. Oh. Oh. Um den Dreh, das ist halt, ist ja halt so, ne? Die Leute, die sind halt alles ein bisschen anders. Und Geld überweisen in die USA ist nicht so einfach. Also die haben keine IBAN und sowas und keine, also die haben eine BIC, aber die nutzen hier keine BIC. Das heißt, wenn ich Geld von meinem deutschen Konto hierher überweisen will, muss ich erst mal die BIC rausfinden. Weil die kennen die nicht. Die haben einfach nur eine Checking Account Number und damit kannst du alles regeln. Mehr brauchst du nicht. So, dass deine Kontonummer auf gut Deutsch, hier eine Kontonummer passt. Und damit ist alles identifiziert. Genau. Und jetzt bin ich gerade an dem Punkt, dass ich sozusagen das Konto habe. Da laufen auch, da ist jetzt, genau, habe noch meine deutsche Kreditkarte, die in die USA geht. Das ist eine Barkley-Karte, weil die ist kostenfrei. Wobei, da habe ich gerade auch ein kleines Problem mit, aber das muss ich lösen. Und ich habe noch mein deutsches Konto, wo halt mein Gehalt draufkommt. Und ich mir halt dann einen Teil davon in die USA überweist, was ziemlich teuer ist. Also da kannst du mit 30, 35 Euro Gebühren rechnen, das Geld von A nach B zu shippen. Also bei Bitcoin, ne? Ja, ja. Wenn du keine 35 Euro Gebühren machst. Ich wollte es gerade nicht gesagt haben. Wobei du halt beim Kauf und Verkauf von Bitcoin dann wieder Gebühren hast, die wahrscheinlich höher sind. Das kann sein. Genau, jetzt bin ich gerade dabei, dass, jetzt kommen wir nämlich zum Führerschein, die Frage kam. Ich muss es jetzt aber aufwerfen, also die Frage vorwegnehmen. Beim Führerschein gibt es zwei Behörden, die es machen. Die haben im gleichen Gebäude, das ist einmal die DPS, das Department of Public Safety. Und die DMV, das Department of Motor Vehicles. So, das DMV ist für die Autozulassung da. Wir haben es aktuell so, dass die Kollegin hat eine Car-Subscription gemacht über Sixt. Hat in Deutschland schon abgeschlossen. Das heißt, die zahlt monatlich, zahlt sie theoretisch 1.500 Euro für ihr Auto. Man muss halt selber tanken, aber der Rest ist gemacht. Alles versichert, alles gut, sie muss halt tanken. Und wir haben dann gesagt, naja gut, wir leben jetzt zusammen, wir haben die gleiche Arbeitsstelle. Lasst doch einfach nicht, dass wir beide uns ein Auto holen. Einfach uns die Kosten teilen. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir teilen die Kosten in der Mitte. Und wenn irgendeiner was ausgeht beim Auto oder so eine Gemeinschaftsanschaffung macht und der eine zahlt, tragen wir das in so eine App ein und splitten das am Ende und gucken dann, wie es aussieht. So läuft das aktuell, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ich bin aber natürlich weg von den 6.50 Euro. Ich habe ja extra mein Auto in Deutschland verkauft. Ich habe genug Cash, mir ein Auto zu kaufen. Das Problem ist aber... Du kannst kein Auto kaufen ohne Security-Number. Genau, ja das auch. Nee, kannst du. Ich kann, ich könnte mir ein Auto kaufen. Ja. Das Problem ist, ich will mein Auto nicht zulassen, weil ich keine Versicherung bekomme. Weil du keinen Führerschein hast. Genau, die Versicherung kriegst du erst, wenn du einen Führerschein hast. Und beim Führerschein habe ich einen Termin bekommen am 30.8. So, also warte ich jetzt noch 29 Tage, gehe zur Führerscheinstelle, muss zwei Belege haben, wo ich lebe. Das müssen wir ein bisschen faken, aber das geht schon. Ja, und dann kriege ich den Führerschein, dann gehe ich zum Car-Dealer, kaufe mir ein Auto. Irgendwann. Und lasse es dann zu. Die Kosten für die Versicherung sind ungefähr gleich. Also da gibt es auch so Vollkasko, die heißt ja halt anders, ich habe schon wieder vergessen, wie. Also es gibt ja auch Vollteilkasko und so. Die arbeiten nicht mit Schadensfreiheitsklassen. Das kostet halt einfach so viel. Dein Auto, deine Region, so hier das Preis, Punkt. Und die kennen dieses ganz Freiheitsklassensystem hier nicht. Also zumindest nicht, dass ich es erfahren hätte. Ich habe es mal gefragt. Und das, ja, jetzt warte ich halt. Ich bin gerade an dem Punkt. Und mit dem Führerschein ist im Prinzip nur eine Formalie. Du musst da nicht nochmal beweisen, dass du irgendwie um die Ecke fahren kannst oder so. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst, also es geht von Staat zu Staat unterschiedlich. Texas akzeptiert den deutschen Führerschein. Ja. Das müssen wir dazu sagen. Das heißt einerseits, dass du 90 Tage lang in Texas mit deinem Führerschein fahren darfst. Mhm. Wenn du einen deutschen und einen internationalen Führerschein hast, was meine Mitbewohnerin gemacht hat, die hat dann ein Jahr lang frei, was gut ist, die geht nach einem Jahr wieder. Das heißt, für die musst du nichts machen, ne? Und die will ja auch kein Auto hier kaufen, insofern, weil die ja nach einem Jahr wieder geht. Ähm, und bei, bei mir ist es so, dass ich entweder den deutschen eintauschen kann. Das heißt, da muss ich gar, gar keine Prüfung oder was auch immer machen. Das heißt, ich tausche den, gebe den deutschen ab und kriege den texanischen dafür. Ja. Problem gelöst. Ich habe da bei meiner Führerscheinstelle mal nachgehört, was passiert. Die texanischen Behörden sagen, naja, wir schicken den zurück. Mhm. Weil es steht ja drauf, wer den ausgestellt hat und so weiter. Ob die das wirklich machen, weiß ich nicht. Dann habe ich aber gefragt bei meiner Behörde in Deutschland. Die haben gesagt, naja, sie stehen in der Datenbank, dass sie einen Führerschein haben. Dann, wenn sie wiederkommen sollten, dann kriegen sie halt einen neuen ausgestellt. Kostet halt 40 Euro oder was. Mhm. Insofern, warum soll ich den Test machen? Ich plane eh nicht, zurückzukommen. Und falls da doch alle Stricke reißen, dann kostet mich 40 Euro. So, okay. Haken dran. Okay. Mein 40 Euro ist mir zukünftig dank Inflation so viel wert wie, naja gut. Lassen wir das Thema. Brot. Genau. Ja, wo waren wir denn? Wir waren jetzt beim Thema. Ja, beim Thema Dokumente eigentlich. Aber du wolltest zur Esskultur, glaube ich, übergehen. Wollte kurz zur Esskultur was sagen? Ja, gerne. Es gibt dir viel, 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 viel. Jetzt bist du gerade kurz weg. Also entweder liegt es an meiner Bambusleitung oder an deinem. Viel, viel Fastfood. Das ist egal. Ich glaube, du, ah, hörst du mich wieder? Ja, ich höre dich wieder. Okay. Dein Bild hing, deswegen dachte ich vielleicht. Ja. Es gibt dir viel, viel Fastfood. Und das meiste ist Burger. Also hier gibt es Burger-Ketten ohne Ende. Also die hast du noch nicht gehört. Die kennst du aus Deutschland nicht. Kennst du McDonalds Burger King? Vielleicht kennst du Shake Shack. Es gibt Burger Five, Five Guys, Water Burger, In-N-Out Burger. Keine Ahnung. Es gibt hier so viele Burger-Ketten. Die kriegst du ja auch. Es gibt regionale, es gibt internationale, nationale. Das ist, ich glaube, wie besprungen. Ja. Hier in Texas ganz viel Tex-Mex, also viel mit Taco, Burrito-Zeug, Chipotle kennt man ja aus Deutschland noch und so. Also das ist hier ganz, ganz groß. Wenige Leute kochen selber, viele gehen halt ausfertig essen. Deswegen findest du hier viele, viele Restaurants und Fastfood-Ketten überall. Ja. Aber wenn du hier rumgehst in so eine Strip-Mall, dann sind mindestens mal fünf Fressbuden, nenne ich es mal. Und ansonsten halt, ja, ein paar Offices vielleicht und ein paar Lärden, so einen Dampfladen oder was auch immer. Hm. Jo. Und Texas sind speziell nicht sehr, sehr bekannt für seine Barbecue- und Steak-Kultur. Ja. Hier gibt es allein drei Ketten, ne, zwei Ketten, wie heißt es? Saltgrass Steakhouse und Texas Steakhouse, glaube ich. Die sind so Ketten, die ein bisschen Texas und umgebende Staaten sozusagen diese ganzen Steaks machen. Also alles, was mit Fleisch zu tun hat. Und dann gibt es auch noch kleinere Marmon-Pub-Shops, heißen die hier, also so Inhaber-geführte Lärden, wo du lieber hingehst, ne. Und es ist sehr lecker. Und vor allem Texas Barbecue ist auch sehr lecker. Die machen immer alle selbstgemachte Barbecue-Soßen und das ist, Leute, also wer Fleisch mag, das ist, Deutschland ist kein Vergleich. Ich habe so ein Steak noch nie in Deutschland gegessen und ich habe auch so ein Barbecue noch nie in Deutschland gegessen. Das ist, das ist eine andere Liga. Also wenn Deutschland spielt, vielleicht in der Kreisklasse und das hier ist die erste Bundesliga. Das ist halt einfach, kannst du nicht miteinander vergleichen. Das ist einfach ein anderes Essgefühl. Ich habe jetzt im allerersten Mal gehabt, wie ich hier mein erstes Whip-Eye-Steak gegessen habe. In einem Laden, der hieß 3D-Pie's Whip-Eye-Steak. Ich hatte Gänsehaut vom Essen. Ich hatte in meinem ganzen Leben Gänsehaut. Aber ich hatte Gänsehaut vom Essen und das war so gut. Es hat sich 45 Dollar gekostet für ein Steak mit 38 Unzen. Ja, Unzen, 31 Gramm, also um ein Kilo ungefähr. Grob ein Kilo. Okay. War das recht nicht gerade richtig? Nee, warte mal. 38 Unzen. Nee, es waren gar nicht 38 Unzen, was ich erzähle, ich nenne da. Waren es 24? Es war groß. Einige Mal, es war groß. Es war sättigend, es war viel. Und dafür satt es halt nur für Steak und eine Beilage ohne Getränk. Also Wasser gibt es immer dazu, aber ohne weiteres Getränk irgendwie für die Dollar. Und dann gibst du noch 20% Trinkgeld. Oder wenn der Service wirklich gut war, mehr. Trinkgeld ist hier wirklich 20% Standard. Die Regel ist, wirst du bedient, 20%. Wirst du nicht bedient, gar nichts. Ja gut. Weil wenn du was auch immer, gehst rein und sagst, hallo, ich habe gerne den Burger. Du kannst Trinkgeld geben, aber das macht keiner. Mhm. Okay. Bist du aber irgendwie mit einer Waitress und die kommt vorbei und dann zahlst du 20%. Und wenn der Service super gut war, kannst du doch mal 25 oder 30 bezahlen. Mhm. Deine Entscheidung. Also der Bezahlvorgang ist indes aber sehr kompliziert. Da habe ich bis heute nicht verstanden, warum das so kompliziert ist. Okay. Also die kommen mit der Rechnung in so einem Umschlag. Dann guckst du da rein, komm deine Kreditkarte rein oder legst Bargeld rein. Deine Entscheidung. Die meisten machen Kreditkarte oben rein. Oder wie heißt die andere? Von deinem Checking-Account die Debit-Card, genau. Ja. Die haust du da mit rein. Dann kommen die wieder, haben sozusagen den Betrag reserviert mit zwei Belegen. Der eine ist für dich, der eine ist für die. Dann kannst du nur mal sagen, wie viel Trinkgeld du geben willst. Musst du es unterschreiben. Und dann geht es zurück. Und dann buchen die das am Ende des Tages nach. Aha. Anstatt, dass du irgendwie gleich irgendwie auf den Zettel schreibst, auf den ersten, plus 15 Prozent oder sowas. Keine Ahnung. Sondern die kommen dann nochmal und gehen dann nochmal zurück. Da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie ein bisschen, das macht keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Man gewöhnt sich irgendwann dran, aber warum kommt die jetzt nochmal mit der Rechnung? Ich habe doch gerade, das macht irgendwie keinen Sinn. Und die nehmen deine Kreditkarte mit, also nicht wundern. Das ist nicht so, dass die mit einem Automaten kommen wie in Deutschland. Die nehmen deine Kreditkarte mit und kommen dann wieder mit deiner Kreditkarte. Ja. So kennt man das auch irgendwie aus so amerikanischen Filmen irgendwie. Aber ja, das ist schon ein interessanter Prozess. Allein die Kreditkarte aus der Hand zu geben. Ich meine, die können ja alles Mögliche damit machen. Also ich... Ja, klar. Was ganz komisch ist, ist auch ein bisschen die Bedienung. Die fragen halt ganz oft nach, ob alles okay ist. Obwohl die offensichtlich gehen, dass du noch am Essen bist oder dass alles noch voll ist und so. Also nicht wie in Deutschland. Die kommen halt wirklich alle fünf, sechs Minuten. Ist alles okay? Kann ich noch was bringen? Das würde ich mir aber in Deutschland auch manchmal wünschen. Also jetzt nicht in der Frequenz. Ist ein bisschen viel. It's a little bit much. Aber manchmal, also ich gehe ja auch relativ häufig auswärts essen und da erlebe ich halt auch häufiger mal, dass ich da irgendwie dann getränketechnisch auf dem Trocknen sitze oder so. Weiß ich nicht. Man fragt sich, wollen die Leute nichts verkaufen? Also... Nee, das passiert aber nicht. In den USA passiert das nicht. Ja, okay. Oder zumindest in Texas. Aber sobald die merken, dass du fertig bist, dann wollen die, dass du relativ schnell wieder gehst. Kann ich aber nachvollziehen. Also die werden es dir nicht sagen. Aber du merkst ja in ihrer Art, dass die gerne diesen Tisch jetzt wieder neu vergeben wollen würden. Ja. Aus dem Grund, weil du ja schon dein Trinkgeld bezahlt hast und die wollen das Trinkgeld ja haben. Also muss der Nächste kommen. Das heißt, lass dir Zeit beim Essen, weil danach mit dem, wie wir es in Deutschland kennen, mal sitzen bleiben, noch am Tisch reden für eine Viertelstunde, eine halbe Stunde. Das kennen die nicht. Die sagen, hey, ich habe aufgegessen. Ja, okay, bezahlt, ciao. Also das ist wirklich, es geht hier wirklich kein, keine, mal sitzen oder so. In der Bar ist das was anderes. Wenn du an der Bar hockst und mal irgendwie kurz was nicht trinkst, ist was anderes. Aber, ja. Mhm. Ja. Gibt es auch Gesundes zu essen? Achso, ja, genau. Das war auch eine Frage. Ja, kannst du. War jetzt eigentlich eine von mir. Ich habe jetzt nicht geguckt. Du kannst dir sogar deinen Burger gesund machen. Das ist kein Witz. Du kannst, es gibt einige Burger-Kitten, da kannst du das Bun ersetzen mit einem Lettuce-Bun, also einem Blattsalat, eine dicke Scheibe Blattsalat und da ist das Fleisch zwischendrin. Aha. Du kannst eigentlich den Burger immer customisen. Da lässt du das Mayo weg, du machst Guacamole rein zum Beispiel oder. Und dann hast du eigentlich relativ was Gesundes. Du hast eigentlich so ein Hackfleisch mit Guacamole auf Salat. Das ist jetzt nicht ungesund. Kann man ja essen. Wenn du in den Supermarkt gehst, also die Großen sind Walmart offensichtlich, das ist eher so der günstigpreisiger und ein bisschen assier. Es gibt Aldi hier, es gibt kein Lidl in Texas, noch nicht. Aldi hat eine kleine Auswahl, aber relativ gut sortiert und gut, kann man nicht meckern. Also Aldi heißt sie hier, nicht Aldi, Aldi. Dann gibt es halt Whole Foods und Sprouts und so, das sind eher so diese Bio-Lärden, so wie Dents und ein bisschen höherpreisig und da ist alles irgendwie aus Bambus und scheiße, schieß mich tot und Dreck. Dann gibt es Kroger, Kroger ist so dieser Mittelweg zum Gehen, also einfach so, ja keine Ahnung, na Edeka wäre zu teuer, keine Ahnung, der Lidl. Da kriegst du halt, ja da kriegst du eigentlich alles, aber ist halt nicht zu günstig und nicht zu teuer, ist halt so, ja gehen wir zum Kroger. Costco habe ich schon gesagt, ist dieser Großhandelsmarkt. Wir haben einen um die Ecke, das ganz geile heißt, Winko Foods und die haben die, da bekommst du Anteile vom Unternehmen, wenn du da arbeitest. Aha. Das heißt, du kriegst neben deinem Gehalt noch Anteile am Unternehmen, dass die Leute, die da arbeiten, auch ein Steak in dem Unternehmen haben. Ja. Und das ist, du merkst das auch ein bisschen, das finde ich ganz interessant. Steht auch ganz kurz drauf, Employer-Owned-Company und muss ja sagen, das ist ein schöner Laden. Alles sehr frisch und so und Preis auch nicht zu teuer. Also im Vergleich, zu Preisen kommen wir ja noch. Ja. Genau, aber die Frage war, kannst du auch gesunde Sachen finden? Ja, du kannst, du findest extrem gesunde Sachen überall, die liegen halt aber nicht in der ersten Reihe. Aha, okay. Du musst die suchen, die gibt es, die sind in jedem Laden vorhanden, aber die liegen halt nicht vorne. Vorne liegt erstmal irgendwie die Twinkies oder die Pop-Tarts oder die, keine Ahnung, Kuchen, die haben ja eine Kuchenabteilung in jedem Laden. Da kannst du auch ganze Kuchen kaufen und die sehen halt nicht lecker, also die sehen lecker aus, aber die sehen halt nicht gesund aus, sagen wir es mal so. Ja. Also eher so, Fett mit Schokolade mit mehr Fett und alles friziert und so. Aber du kannst dir auch Tiefkühl-Brokkoli kaufen, ganz frischen Brot. Das gibt es alles wie in Deutschland auch, nur musst du suchen. Und Brot gibt es halt nicht. Also unser Brot gibt es halt nicht. Ja gut, aber ist ja für dich kein Problem, weil Brot hat ja Conava-Hydrate. Richtig. Man mag Brot. Aber da frage ich mich, wo ist denn das Problem der Deutschen in den USA? Man kann ja auch deutsches Brot backen oder nicht? Oder gibt es da die Mehl-Sorten nicht oder was oder wie? Darüber hatte ich eine Diskussion mit der Frau meines Chefs. Wir waren am 4. Juli bei denen und die hat gemeint, das Standard-Mehl, was die haben, ist nicht das, was wir in Deutschland kennen zum Brot backen. Du musst irgendwie schon in einen Specialty-Laden gehen, um dieses zu kriegen. Aber frag mich nicht, ich bin kein Brot-Mehl. Sie hat das nur gesagt, ich gebe das jetzt eins zu eins weiter, ohne geprüft zu haben. Sehr gut. Damit wäre aber die Frage schon fast geklärt. Also ich hatte mir sowas schon fast gedacht. Und das Layout hier in Amerika ist ein anderes als in Deutschland. Du hast hier Wohngebiete, da fährst du rein, da liegen ganz ganz viele Häuser. Und dann fährst du wieder auf eine Hauptstraße, nenn ich es mal, also auf eine Straße, diese Wohngebiete miteinander verknüpft. Und dann gibt es halt so Gebiete, wo dann fünf Einkaufsläden nebenbei sind, also dieses Trip-Malls sind das ja. Also du bist draußen, in der Mitte ist ein großer Parkplatz und außen rum sind die ganzen Geschäfte. Und meistens ist ein großes Geschäft, ein Walmart, ein Quaker, was auch immer, in der Mitte. Und irgendwelche Fast-Food-Laden außen rum und Banken außen rum. Also du hast das sehr getrennt voneinander. Das ist nicht wie in Deutschland, dass du so eine Innenstadt hast, da ist mal ein Häuschen, dann ist nebensan mal der Lidl und so. Das sind so richtige Bezirke. Aha. Das heißt, du bist jetzt hier, keine Ahnung, im, ich nenne es mal ganz blöd, Fast-Food-Bezirk, dann sind da halt da sieben Fast-Food-Laden nebeneinander. Dann sind die halt da. Aber dann ist kein Fast-Food-Laden im Wohngebiet. Da ist halt nur ein Wohngebiet, ohne Menschen, Punkt. Das ist halt sehr getrennt voneinander. Und ohne Auto bist du aufgeschmissen. Also es gibt hier, wo ich bin, kein ÖPNV, in Dallas, ein bisschen, also 30 Meilen, a.k.a. 50 Kilometer entfernt, gibt es Busse. Ob sie jetzt häufig fahren oder gut sind, keine Ahnung. Aber Auto is the way to go. Und fliegen. Ganz länger ist fliegen. Ja. Allein hier in der Region gibt es, glaube ich, fünf Flughäfen oder so. All den großen, die W. Und dann halt viele kleine noch. Aber hier hast du viele Flieger am Himmel. Ja gut, bei so einem großen Bundesstaat ist das ja auch irgendwie, ja. Verständlich. Verständlich, ja. Man fährt ja nicht mal eben 2000 Kilometer. Wie viele Kilometer sind das von Küste zu Küste? Oh Gott, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich auch nicht. Also ich würde fast sagen, über 2000 Kilometer würde ich mal schätzen. Ich glaube, Texas, allein Texas, glaube ich, von der Fläche her zweimal Deutschland. Aber wir haben nur 30 Millionen Einwohner hier. Ihr fahrt hier, wenn ihr Richtung Labok fahrt, also vom Nordosten im Nordwesten, dann seht ihr halt mal meilenweit nichts. Also mit nichts meine ich einfach nichts. Das ist eine Straße, das war's. Da ist außenrum nichts. Wenn ihr Glück habt, mal eine Farbe. Also wenn ihr so Horrorfilme mögt, dann kann da mal eine Farbe stehen, da würde ich nicht aussteigen. Ich würde auch mal weiter fahren. Hau, Leute. Wie schlecht. Was ich noch nicht getan habe, ich habe noch keine giftigen Tiere gesehen hier. Also klar, Thema Käfer, hier gibt es halt andere Käfer und andere Vögel, aber so die, ich habe mir ja vorher angeguckt, was es hier an giftigen Tieren gibt und ich habe noch keinen Encountered. Schauen wir mal. Gibt hier ja alles. Ja, das war ja so auch eine Sache, um was ich vielleicht Gedanken drum machen muss, aber ja, nicht schlecht. Das Thema Waffen haben wir noch gar nicht angesprochen. Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob wir das, wollen wir das jetzt schon machen oder wollen wir erst die Kosten machen, weil eigentlich passt das Thema Waffen nachher zu den Fragen am Ende, weil da auch sehr viel mit Waffen ist. Okay, dann Kosten. Also was günstiger ist, kann ich schneller aufzählen, als was teurer ist. Sprit, also Benzin, super, also diese ist hier teurer als super, weil die haben die gleiche Steuer drauf, das heißt, es gibt keine Steuerersparnis, die ist übrigens eine Flat Tax drauf, ich glaube, das sind 20 Cent oder so, pro Gallone, die irgendwie Steuern um den Dreh, ich bin mir nicht ganz sicher. Und Sales Tax, also diese Mehrwertsteuer ist nicht auf Benzin, also die gibt es nur auf Lebensmittel, die, ich glaube, ich fange erstmal mit den Steuern an, das ist vielleicht einfacher. Okay, du hast in Amerika Federal und State und District Taxes. Federal Tax ist klar, Bundesding, es ist die Income Tax, Einkommenssteuer. Dann gibt es States, die obendrauf nochmal eine State Income Tax haben wollen, Texas ist keiner davon. Das heißt, du zahlst nur deine Einkommenssteuer staatlich, also Federal und nicht State. Dann gibt es die Sales Tax, die haben andere Bundesstaaten nicht, andere und die legt jeder Bundesstaat fest, wie er will, zwischen 0 und, ich glaube, das ist 10% mit Kalifornien, warum auch immer Kalifornien, ich weiß es nicht. Und dann der District oder die Stadt, wo du nochmal drin bist, also der Großraum Dallas verlangt auch nochmal was. Für die Ausgaben für Dallas, das ist natürlich das, was dann Dallas hat zum Wirtschaften. Bei mir sind es in Summe 8,25%, 6 sind Texas oder 6,25, ich bin nicht sicher und der Rest ist dann der Großraum Dallas. Ich bin ja im Großraum Dallas, ich bin nicht in Dallas, aber ich bin im Großraum Dallas. Ich bin im konservativeren Teil von Dallas, könnte man sagen, neighboring city. Also du zahlst tatsächlich deine Einkommenssteuer auch in den USA oder wird die noch in Deutschland abgeführt? Das kommt auf die Tage, die ich bin, aktuell ist der Stand so, die ich bekomme, bekomme ich netto in Deutsch, also mit deutscher Umsatzsteuer, aber da ich jetzt mehr Tage in den USA war dieses Jahr als in Deutschland, kriege ich die kompletten Einkommenssteuer und Sozialversicherung aus Deutschland zurück, nee, Sozialversicherung nicht schon, Einkommenssteuer aus Deutschland zurückvergütet am Ende des Jahres. Okay. Das ist der Jahresausgleich dann. Sag ich so, hallo, ich fahre in den USA, gib mir mein Geld. Ja, immerhin. Nee, sag ich so, hallo, ich bin sogar der Arbeitgeber, ja. Und dann muss ich halt bis zum 1.4. in den USA versteuern. In den USA kannst du entweder auch direkt vom Brutto dir das rausrechnen lassen von deinem Tax-Office, das heißt, du bezahlst dein Tax-Office, die dann die Steuern für dich zahlen, oder du machst den klassischen Weg, du wartest bis spätestens dem 1.4. und musst da deine Steuer abgeben. Ja. Das heißt, du sagst dem Staat, das habe ich verdient und das muss dann Steuern zahlen. Könnte man quasi mit dem Geld schon mal wirtschaften. Genau, du kannst das ganze Jahr, hast du eigentlich das Brutto-Gehalt und musst halt dann bis zum 1.4. des folgenden Jahres die Steuern wegballern. Du könntest also sozusagen dein Brutto oder deine Steuer, die du zahlen musst, investieren und wenn das Investment gut läuft, dann hast du mit dem gut laufenden Investment deine Steuer bezahlt. Ja gut, da darf man dann nicht zu risikoreich gehen, weil sonst hat man nachher ein Problem. Was noch interessant ist, die Altersvorsorge, darauf will ich nochmal eingehen kurz, es gibt hier zwei Produkte, nenne ich es mal, das ist eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, das ist einmal das sogenannte 401k, also 401k oder das Roth IRA. Ich erkläre das Roth IRA, weil es ein bisschen einfacher ist erstmal. Roth IRA ist wie folgt, du machst einen Account bei deiner Bank und sagst dir, hallo, ich hätte gerne einen Roth IRA Account. So. Die Bank macht den auf, das ist wie ein Depot. Zahlst du da Geld rein, also so ein Verrechnungskonto, wie du es in Deutschland kennst, zahlst du da Geld ein, handelst irgendwas, worauf du Bock hast, das schreibt dir keiner vor. Fertig, kannst Optionen kaufen, Optionsscheine, Aktien, alles was in den USA legal zu handeln ist. Da ist es so, dass du bereits versteuertes Geld nimmst, das ist dein Nettogehalt, kannst da rein investieren und alle Trades da drin sind steuerfrei. Weil du die erst am Ende deines Berufslebens ausgezahlt kriegst auch, ne? Genau, wenn jedoch, genau, wenn jedoch du das Geld vorher entnehmen möchtest, dann zahlst du eine Strafsteuer, dass du es vor deiner Rente entnommen hast. Kannst du aber tun, musst dann die Strafsteuer zahlen. Der Unterschied des 401k ist wie folgt, du bekommst, das Geld ist das Bruttogehalt, das du bekommst, du zahlst die Steuern auf die Gewinne, die du in dem Depot machst, den 401k Account und auch, du hast eine Strafsteuer, wenn es rausgeht, vor deiner Rente. Also einmal versteuerst du dein Einkommen und bist dann steuerfrei danach oder du versteuerst mit dem Brutto rein, unversteuertes Einkommen. Der Unterschied bei 401k ist, dass viele Arbeitgeber, auch meiner, einen Zuschuss geben. Wenn ich sage, okay, ich würde gerne von meinem Bruttogehalt, sagen wir es in 100.000, dann hätte ich gerne von den 100.000, dann machen wir es einfacher, es sind 120.000, dann sind es nämlich 10.000 im Monat, das ist dann einfacher zu rechnen für mich jetzt gerade im Kopf. Ich würde gerne 1.000 oder sowas oder in dieses 401k reinzahlen. Und dann geht der Arbeitgeber normalerweise mit, das ist eine freiwillige Leistung vom Arbeitgeber. Das heißt, niemand zwingt ihn, da gibt es kein Gesetz, dass der das muss, aber viele machen es halt. Die sagen, okay, ich zahle dir dann brutto noch was drauf für deine Altersvorsorge. Scheiß Digitalismus, ne? Scheiße. Der Arbeitgeber gibt dir freiwillig mehr Geld. Und deswegen wird das 401k sehr gerne gemacht, weil die Arbeitgeber das machen. Wenn du einen Arbeitgeber wechselst, dann nimmst du einfach das 401k mit. Das ist dein privater Account, das ist dein Name, das hat nichts mit dem Arbeitgeber zu tun. Der beteiligt sich nur dran. Ja, geil. Ich weiß. Deswegen mache ich beide Accounts demnächst auf, wenn ich den amerikanischen Arbeitsvertrag habe. Um mein privates Depot, die Aktien umziehen. Meine Bank erinnert mich schon, dass aus Deutschland Aktien umziehen können kompliziert. werden. Okay. Also es ist wahrscheinlich einfacher, die in Deutschland zu verkaufen. Geld drüber zu überweisen und jetzt wieder zu verkaufen will ich aber eigentlich nicht. Aber da zahlst du auch die Abgeltungssteuer in Deutschland an. Genau. Und das möchte ich nicht. Ja. Okay. Also trotzdem übertragen. Wir haben uns wieder abgelenkt. Wir waren jetzt bei Steuern, wir wollten aber eigentlich zum Thema Kosten und so weiter. Ich wollte sagen, was günstiger ist. Also günstiger ist Sprit. Aktuell liegt er bei 3,40 Dollar ungefähr, die Gallone. Also es ist ungefähr grob ein Dollar, ein bisschen weniger als ein Dollar pro Liter. Mhm. Also all in, ne? Mit Text drauf und alles. Nicht wundern, Preise in Supermärkten sind immer ohne Steuer ausgezeichnet. Ich wundere, dass am Ende mehr rauskommt, was du wolltest. Auch im Restaurant und so ein Scheiß. Ähm. Was noch günstiger ist, der Strom, der liegt ungefähr bei 15 Cent die Kilowattstunde. Oh. Roundabout. Ist aber vom Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Wieder unterschiedlich. Das ist jetzt hier aktuell, ne? Also zwischen 10 und 15. 10 war so, jetzt sind wir jetzt ein bisschen gestiegen, jetzt sind wir bei 15 ungefähr. Ähm. Und. Das, ja, technische Produkte, sag ich mal so, Laptops, Handys und anderes ist ungefähr auf dem gleichen Niveau. Vielleicht ein Ticken billiger. Aber nicht viel, ein Ticken billiger. Und alles andere ist teurer. Mhm. Also im Restaurant rechne, ich habe die grobe Regel, alles was mit Essen zu tun hat, rechne das doppelter als in Deutschland. Okay, krass. Also du kannst natürlich schlechterer Quartier. Vor Corona-Zeiten oder jetzt? Weil wir ziehen ja auch mittlerweile richtig an. Ähm, ja, ich kenne ja die Preise aus Deutschland, wie ich gegangen bin, also vor zwei Monaten ungefähr. Und, äh, im Vergleich zu den Preisen jetzt in den USA ist ungefähr es doppelt in den USA. Okay. Du liest keine Shortages. Also ich sehe nicht, dass irgendwo irgendein Regal mal leer ist oder so. Also das sehe ich hier gar nicht. Egal in welchem Laden ich bin. Heute noch gesehen. Äh, keine Ahnung. Kann sein, dass es mal da war oder nicht. Äh, Autos sind gerade extrem teuer immer noch. Vor allem Gebrauchtwagen. Äh, das ist sogar schlimm. Da gibt es ein Mark-Up. Das heißt, du kannst sogar für einen Gebrauchtwagen aktuell mehr zahlen als für den Neuwagen. Den gleichen. Krass. Weil der Neuwagen nicht produziert werden kann. Weil du dann halt irgendwie ein Jahr lang oder zwei Jahre noch drauf warten musst, bis er produziert ist. Wenn du, du brauchst dein Auto aber jetzt einen sogenannten Mark-Up bezahlen. Das ist eine unverbindliche Preisempfehlung und ein Mark-Up vom Händler. Dann sagst du, ja, tausend. Das heißt, du zahlst den Preis, Neupreis plus tausend für den Gebrauchten. Krass. Das kann vorkommen. Also aktuell sind Pick-Ups ganz, ganz, ganz schlimm. Die kleineren Autos geht besser. Aber Pick-Ups gibt es gerade quasi sehr weniger auf dem Markt. Mhm. Also wenn du es kaufen möchtest. Ich meine, das ist aber auch nicht der Normalzustand. Das ist ja jetzt auch Maßnahmen-Pandemie-mäßig und Lieferketten-mäßig und Energiepreise-bedingt und so, ne? Korrekt. Das ist jetzt so mal wieder der Staats-Upfuck, der da jetzt reinspielt. Aber der Amerikaner weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Immerhin wissen die das. Wir wissen das nicht. Wir bedanken uns bei den Ungeimpften. Genau. Hier gibt es, glaube ich, mehr Ungeimpfte als Geimpfte in Texas zumindest. Naja, gut. So bist du. Ja, Masken gibt es ja auch keine. Handyvertrag. Also ich habe einen Handyvertrag. Das ist so ein 5G-Vertrag mit kostenlos Telefonieren in the Americas. Also Mexiko, Amerika und Kanada. Das sind sozusagen diese drei Länder, die wir zusammenhängen in so einem Ding. Also Amerika und Neighboring States. Und da hat kostenlose Text und ich glaube 50 Gigabyte sind drin, bis es gedrosselt wird. Also die Verträge sind ähnlich wie hier. Und ich zahle aber für alle 60 Dollar. Man muss dazu sagen, das Hotspot, wenn ich ein Hotspot mit meinem Handy gebe, dass das extra kostet. Diese Funktionen gibt es nicht, wenn du dich extra im Vertrag freischaltest und die messen das. Ich habe 10 Gigabyte Hotspot-Volumen und 50 Gigabyte Handy-Volumen. Das ist ein bisschen anders. Und ein Prepaid ist nicht so, dass du dir eine Karte kaufst und einen Code abkratzt und guckst, sondern du machst da eine Art Vertrag. Der wird einfach terminiert, also nicht terminiert, sondern der wird einfach auf Eis gelegt, wenn du nicht vorab bezahlst. Mhm. Das heißt, du musst dann immer jeden Monat mal reinchecken oder machst ein Autopay von deiner Kreditkarte, dass das Geld überwiesen wird. Ja. Genau. Okay. Das ist interessant. Ja, jetzt wohnungstechnisch und so kannst du mir wahrscheinlich noch nicht so viel sagen, weil ihr lebt ja noch in einer vom Arbeitgeber mehr oder weniger bezahlt gestellten Wohnung. Ja, ich weiß, was es kostet. Aber wir haben hier, ich müsste schätzen die Quadratmeter, ich kann es nicht genau sagen. Lass es vielleicht 80 sein, wenn es hochkommt, 80 Quadratmeter. To Bedroom, to Bathroom, zwei Ankleideräume und eine offene Küche mit einem Ding und einer kleinen Terrasse und einem Wohnzimmer, eine kleine Terrasse hinten raus. Möbliert, komplett Miete, ungefähr mit Strom, also komplett alles drin, ungefähr 1700 Dollar pro Klon. Ja, okay, plus inklusive Pool, Fitnessraum und so weiter. Nee, das ist hier auch im Gelände, das darfst du alles nutzen, ja. Also 1700 pro Person, ja, ungefähr. Pro Person? Lass mich, nee, lass mich nochmal rechnen. Warte, 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 ich prüfe das nicht. Nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle, warte mal. Nee, dann wären wir ja bei 3400. Nee, warte, 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 nein, nee, nee, ist weniger, Entschuldigung. 1300, 1300 pro Person sind es ungefähr. Aha, okay. Also 26, 27 grob, irgendwo dazwischen. Kann man mit dem Preis auch rechnen zur normalen Miete, unmöbliert und Strom selber zahlen und kein Pool? Nee, ist billiger, wie es Möblierung kostet, wie in Deutschland auch, halt ein Markup. Hier macht es jetzt Sinn, weil sie halt nach einem Jahr geht und ich halt einfach einen Einstieg habe. Und ja, du kannst rechnen, also ich habe mal gerechnet, so ein Tausender müsstest du schon berechnen. Für auch ein Einzimmer-Apartment, was einigermaßen okay ist. Also nicht, dass du so einen Hasenstall hast, sondern, und das nicht in der Innenstadt, sondern, aber auch nicht auf der Heide-Heide, sondern so dazwischen, im Steckgürtel, kannst du sagen. Könnte das mit der Property-Tags zusammenhängen, die die da haben? Weil die haben ja wahnsinnig hohe Property-Tags, also hier nennt man das Grundsteuern. Möglich. Also ich habe da ja schon von zwei bis drei und teilweise vier Prozent, das wäre dann aber New York, Innenstadt quasi, gehört. Und also man muss ja mal überlegen, man zahlt da, selbst mit zwei Prozent Property-Tags zahlt man innerhalb von 50 Jahren sein Haus zweimal. Also einmal kaufst du das und einmal zahlst du das gleiche Geld an den Staat. Das ist schon heftig und das legen die Vermieter natürlich auch auf die Miete um. Also wer 50 Jahre mietet, ja okay, hätte sich immer noch kein Haus leisten können, weil er ja trotzdem die Property-Tags bezahlen muss. Aber es ist absurd da teilweise. Ich weiß nicht, wie hoch die in Texas, muss ich dir ehrlich gestehen. Oder ob die federal ist, da kenne ich mich noch gar nicht mit aus. Was auf jeden Fall klar ist, dass es auch wieder eine Shortage gab und deswegen wenig Häuser gebaut wurden. Amerika ist ja noch ein Land, das bevölkerungstechnisch wächst. Das heißt, die haben halt sozusagen ein Demand, aber die kommen aktuell nicht unbedingt hinterher. Zumindest hier in der Region. Ich weiß nicht, ob das in anderen Regionen anders ist. Ich würde auch aus Chicago wegziehen oder aus meiner Meinung nach Shithole-States. Aber ist halt einfach so. Texas wächst auf jeden Fall ziemlich enorm. Die ganzen Kalifornien kommen hier rein. Siehst du auch bei Tinder, wenn du swipest. Originär aus Kalifornien. Ja, toll. Jetzt haben sie ihr Land zu einem Shithole gemacht und machen das nächste wie so Heuschrecken. Ja, genau. Ich weiß nicht, wir haben jetzt eine Stunde schon. War das jetzt ein guter Überblick? Ich denke, ja. Ich denke bisher schon, ja. Ich war mal auf die Fragen eingegangen. Ja, klar. Gerne. Können wir machen. Jetzt mache ich den Host hier. Geil. Ja, wir sind ja hier eigentlich ein relativ eingespieltes Team. Stimmt allerdings. Ja, wo fangen wir denn mit an? Ich wäre aufs Chaos-Bett gegangen und hätte erstmal die Twitter-Fragen gemacht. Ja, ich habe jetzt nicht mehr in der Reihenfolge, wie sie drin waren, blöderweise. Ich hätte mit Prinzessin Rena angefangen, die gefragt hat, warum ich ausgerechnet nach Texas gehe, weil ich gesagt habe, das würde ich noch erzählen. Also ich bin ja noch nicht so reich wie du. Das heißt, ich muss ja noch Lohnarbeiten nachgehen, um zu überleben. Also musste ich irgendein Land finden, das kein Shithole ist und in dem ich arbeiten kann. Also originär, mein Wunsch vor Corona war mal sowas, Neuseeland, Australien, vielleicht Großbritannien nach dem Brexit, Schweiz, Liechtenstein, USA. Das waren so die auf der Liste, bedingt dadurch, dass ich in der Schule Dateien hatte und eigentlich nur Deutsch und Englisch spreche. Algo fällt halt ziemlich viel weg. Kanada auf keinen Fall und alles andere, nee. So, da ist aber leider Australien, Neuseeland aufgrund, wie ihr bei JPM schon öfter gehört habt, auf unsere Covid-Politik gleich rausgefunden, gefallen und ebenso England. Für mich sind auch viele Länder weggefallen. Dann bleibt eigentlich nur noch Schweiz, Liechtenstein und USA übrig. In der Schweiz ist es so, oft kippt es gerade, glaube ich. Also es ist so irgendwo, es wankelt so zwischen autoritär und freiheitlich und die lassen halt auch nicht jeden rein. Und Liechtenstein reinzukommen ist quasi unmöglich. Außerdem kenne ich ja niemanden und hätte keinen Job. Und dann war es halt die USA. Und ich wusste, dass ich in kein Shithole-State gehen möchte. Für mich sind halt diese ganzen demokratisch regierten, Entschuldigung, Staaten. Sollte ich wieder Shithole sagen. Nix, du siehst ja, wie es in Chicago und so weiter aussieht. Du kriegst es ja mit, ne? Also Chicago, Portland, eigentlich die komplette Ostküste mag ich überhaupt nicht. Und Kalifornien auch nicht. Und dann, aber mir war klar, dass es irgendwo in die Südstaaten geht. Dann gibt es halt so ein paar Südstaaten, wo halt Nix ist, so wie Alabama. Oder, ja. Also bei mir stand am Ende Florida oder Texas auf der Liste. Und da mein Arbeitgeber in Texas ist, war dann die Entscheidung relativ simpel. Ja. Ja. Mit ist ja eigentlich schon fast die nächste Frage von Miao C. Ding Dong beantwortet. Welche Migrationsziele außer Texas siehst du sonst noch als erstrebenswert für Libertäre, sowohl andere US-Staaten als auch andere Länder an? Ist im Prinzip beantwortet, ne? Oder? Es kommt aber auch immer drauf an. Also wenn ich jetzt fließend Spanisch oder sowas sprechen würde, dann würde ich vielleicht sogar auch mal, zumindest mal ein bisschen nach Südamerika gucken, ob nicht da sich Chancen ergeben könnten. Also wir haben ja in Argentinien, wie heißt der wieder? El Salvador, ne? Ja. Dann hast du vielleicht Argentinien mit einem Libertären, der Präsident werden könnte. Das sind halt schon Dinge, die man mal beobachten sollte, aber ich spreche halt einfach auf Verderben kein Spanisch. Ich meine, das bringt mir halt einfach nichts. Ich brauche halt irgendeinen Job da unten und kann halt einfach mit Deutsch und Englisch relativ wenig anfangen. Und bin halt auch nicht self-employed, dass ich ja mal sagen kann, wie andere hier bei den Marktradikalen, ah ja, ich mache Arbeit halt von wo ich will. Ja, ja. Ja, habe ich demnächst ja auch nicht mehr. Das ist der Neid. Nee, habe ich demnächst ja auch nicht mehr. Demnächst bin ich ja auch fest in einem Gebäude drin. Also ich bin nicht fest angestellt, aber ich besuche dieses Gebäude zweimal die Woche. Das wird dann von weit weg schwieriger. Ja, ansonsten, ja, Schweiz, klar. Das ist eventuell noch interessant als deutsch sprechender. US-Staaten hat es ja noch Florida genannt, was noch attraktiv wäre. Allgemein Südstaaten. Also ich würde Louisiana vielleicht mal ausklammern und New Mexico auch. Aber ja, allgemein Südstaaten sollte man mal gucken. Die haben halt doch ein bisschen mehr Freiheiten als die Nordstaaten. Ein bisschen weniger. Die haben mehr Eigenverantwortung. Mehr Risiko, mehr Eigenverantwortung, dafür mehr Freiheiten. Ja. Im Vergleich, ne? Also. Wie das halt zum Ineinander geht, ne? Mit Freiheit und Eigenverantwortung. Das stimmt leider, ja. Ja. Bitcoin Don't Stop fragt. War es bisher einfach für dich dort Fuß zu fassen? Und welche sind die wichtigsten bürokratischen Schritte? Ich glaube, die haben wir abgearbeitet, die man nach Ankunft zu meistern hat. Ja gut, Bankkonto. Also soll ich das Gefühl haben, Bankkonto, Führerschein und halt gucken, dass dein Visum läuft. Und das wäre eigentlich schon was. Also der texanische Führerschein ist auch deine Identification. Also die haben keinen Pass wie wir, also keinen Ausweis. Die kennen auch, wenn die nach einem Passport fragen, meinen die den Reisepass. Die kennen keinen Personalausweis. Das gibt es hier nicht. Dein Führerschein ist dein Personalausweis quasi in einem Ding. Ja und viel ist ja einfach oder leicht, dort Fuß zu fassen. Wie ist das Sprachlichtbarriere oder so? Kommst du da klar? Ja, Sprachbarriere. Also die verstehen alle Englisch, ne? Das ist halt... Ja, genau. Die reden halt einen Akzent. Texaner reden tendenziell auch schnell. Da muss man ein bisschen mal aufpassen und so. Ich habe einen Kollegen aus Louisiana, der ist schlimmer. Also der hat einen ganz derben Akzent, wo ich dann sage, Kevin, langsam. Ich, dummer Deutscher, ich nicht immer alles verstehen, was du sagst. Du merkst, ja, aber ansonsten, eigentlich will dir jeder helfen. Also wenn du nett nachfragst, es sind halt auch viele oft mal so diese... Das gibt es halt in den USA, diese, ja, wenn irgendwas ist, melde dich bei mir, was halt nicht so gemeint ist, ne? Was einfach nur aus Nettigkeit gesagt worden ist. Das ist halt in Deutschland anders. In Deutschland ist so, ja, melde dich, wenn du was brauchst, dann heißt das, melde dich, wenn du was brauchst. Und hier ist es halt so, ich sage das jetzt, weil man das halt jetzt zu diesem Zeitpunkt sagt. Ja, okay. Ich bin halt dann so, ich sage es den Leuten dann gleich, I'm German, I take you for granted. Damit wir halt wissen, in Deutschland machen wir, bieten wir sowas nicht an. Wenn du mir das anbietest, meine ich das einst. Ich habe letztens bei, ich weiß nicht, ob du den Kanal kennst, Leben USA, der ist nach Kalifornien ausgewandert, vor mehreren Jahren auch. Und der sagte auch, wenn du dort eingeladen wirst zum Essen oder so, du hilfst irgendwie beim Umzug oder so und jemand lädt dich zum Essen ein, heißt das nicht, dass der auch bezahlt? Ist das tatsächlich so? Das weiß ich nicht, war bis jetzt nur bei meinem Chef zum Essen eingeladen, mit der Kollegin zum 4. Juli. Ja gut, bei ihm persönlich. Genau, aber dann haben wir halt vorher aufgemacht, er ist halt, er ist Amerikaner, aber er hat halt irgendwie 20 Jahre in Deutschland gelebt. Ja okay, gut, ja klar. Wir haben dann gesagt von wegen, ja okay, könnt ihr Feuerwerk mitbringen und wir machen halt den Rest. Ja. Und dann war eigentlich geklärt, okay, wir kaufen halt Feuerwerk und Essen und Getränke gibt es halt bei Ihnen, ne? Dann ist die Sache, ja okay. Ich kann ja nicht sagen, ob das so ist, oder nicht. Ich wurde noch nicht eingeladen. Das ist aber auch hier, in Amerika ist es so, wenn dich jemand in dein Haus lässt. Also so habe ich jetzt zumindest von Leuten erfahren. Wenn du bei denen eingeladen bist zu Hause, dann ist es wirklich schon, dass du ein echter Freund bist. Also die haben echt dieses Eigentum. Das ist mein Haus, hier kommen keine Bekannten rein, hier kommen halt nur Freunde rein. Ja. Das ist mein Space, ja. Und das ist schon anders als in Deutschland. Definitiv. Ja krass. Ansonsten, die Leute sind alle nette, und wenn du fragst, versuchen sie dir zu helfen. Die meisten können dir halt einfach nicht helfen, aber die versuchen es dann schon. Also die Kollegin hat wegen der DPS-Termin da mit denen telefoniert und so, wo ich gesagt habe, ja, ich habe keine Ahnung, wie man mit Behörden hier reden muss. Kannst du da mal anrufen, bitte? Weil die, ne, die spricht halt, das ist wie mit diesem Beamten-Deutsch halt, ne? Also wenn du hierher kommst, da kannst du Deutsch, aber du kannst ja kein Beamten-Deutsch. Und ich lese dann diese Seite und sage so, ey, Timber, ich habe keine Ahnung, was heißt denn das? Kannst du mir da den mal anrufen? Und was brauchen die denn genau von mir? Ja, Forms of Identification, ja. Welche? Wir haben ja natürlich auch nicht jeden Tag einen Deutschen da, der halt irgendwie nicht weiß, was da hier jetzt gebraucht wird, sondern aber, ja gut. So ich halt. Dann haben wir von... Eine kurze Sache noch, die Bürokratie ist genauso schlimm wie in Deutschland. Also, sobald du in einem Federal-Ding bist, Social Security-Nummer macht die County, ja? Das geht ganz schnell. Aber sobald du bei einem Federal bist, beim DPS, wenn du keinen Termin hast, kommen Leute zwei Stunden, bevor die aufmachen, damit die an dem Tag noch drankommen. Die nehmen den Tag Urlaub, damit die für die Führerschein stellen. Was? Und warten einen Dreiviertel-Tag. Also, das ist quasi wie in Deutschland. Okay. Ne, geil. Ja, der Itna Kaiser, der Freninator, meine Güte, was ist das wieder für ein Name? Wie stehst du zur deutsch-texanischen Enklave und heißt du... Ex-Exklave. Entschuldigung, ja, natürlich. Und heißt du jemanden aus der Gegend, hast du jemanden aus der Gegend bereits kennengelernt? Also, ja. Ich meine, du hast deine Kollegin quasi ja mitgebracht. Du kennst da jetzt jemanden. Die kam ein paar Tage nach mir, ja. Ja. Ansonsten habe ich das quasi mitgebracht. Also, ich sage mal so, diese deutsch-texane, die sind eher vertreten in der Region Fredericksburg-Austin. Also, die sind ein bisschen weiter südlich. Das ist so drei, vier Stunden von hier. Aha. Also, die nächstgrößere Stadt ist vier Stunden entfernt, was hier halt, ne? Also, damit ihr eine kurze Einschätzung habt, um was es geht. Ähm, hier gibt es so ein paar kleinere, ähm, Munster gibt es noch, also Münster, in Englisch ausgesprochen, Munster. Ähm, und noch ein paar, wie heißt die denn nochmal? Ich habe es schon vergessen. Ach, fuck. New Brownfels. New Brown, also Neubraunfels, New Brownfels. Ähm, aus Fredericksburg gibt es teilweise gutes Bier. Also, das heißt Pilsner und schmeckt wie Pilsner. Ich hatte gestern zum ersten Mal ein amerikanisches Bier, Miller Lite. Das schmeckt aber nur wie Wasser mit einem Nachgeschmack von Pilsner. Mhm. Also, irgendwie so abgestandenes, so Wasser, das im Pils kurz drin war und dann rausgesogen worden. Ich, scheiße. Aber Neubraunfels, das wirkst ihn ganz gut. Da gibt es deutsche Communities, wir hatten mal einen Plan, da hinzufahren, aber du musst da ja Zeit nehmen. Also, das ist halt wirklich so, du fährst da mal ein Wochenende hin und nimmst ja da unten ein Airbnb, weil ich fahre nicht vier Stunden da nach der Arbeit hin und dann vier Stunden zurück. Geht nicht. Also, das ist nicht möglich. Ja, das ist klar. Deswegen noch kein Kontakt, aber es gibt hier ein paar deutschsprachige, aber das ist echt die Ausnahme. Die haben einen lustigen Akzent, muss ich sagen. Also, das klingt schon voll niedlich. So, wenn die so ein amerikanisch-deutsch-texanisch-amerikanisch-deutsch sprechen, das ist schon so lustig. Ich kann es auch nicht nachmachen, das klingt einfach so richtig niedlich. Nicht schlecht. Ja, dann übergehe ich mal zu den Discord-Fragen, glaube ich. Tarkin fragt, wie kann man auf ein H1B-Visa grinden einen Job in den USA bekommen? Am besten, wenn du einen Arbeitgeber kennst, der dich schon kennt, wie bei mir. Aber ansonsten probieren, Glück, Referenzen, CV schreiben, guten Eindruck machen. Es geht nicht anders. Ja. Richtig. Wobei, du hast ja jetzt nicht das H1B-Visum. Das willst du jetzt quasi beantragen, ne? Du hast das E-Visum. Ja, E, was heißt E2? Ich weiß gar nicht mehr. E5, E2. Ich habe das Arbeitgeberübersendungsvisum. Aber das H1B, H2B wären die Arbeitsvisa. Also das 1 und 2 hat mit der Qualifikation zu tun und so. Aber anderes Thema. Dann fragt der Cynic, kommst du zum nächsten Float-Test 2023 nach Gorsch-Gauge? Der hat auch irgendwie eine URL reingepackt, die nirgendwo hinführt bei mir. Ja, ich gucke gerade mal, wo Gorsch-Gorg sein soll. Also es gibt hier Gorg Capital. Das ist wohl eine Firma, die sitzt in Southlake. Das ist richtig, die ich sehe. Es gibt noch, in Austin gibt es einen Laden, da ist Gorg Jam. Das ist Yarn. Ein Wollgeschäft. Ich weiß da ja nicht, was er möchte. Ich weiß es auch nicht. Also war mir auch nicht bekannt bisher. Sorry, ich weiß nicht, was du meinst. Dann kommen wir jetzt praktisch auch zu dem Waffen-Thema, worauf alle ganz gespannt warten. Fetter Frosch fragt, was für Knarren hast du schon? Da kannst du ja jetzt mal erzählen, warum denn nicht? Warum denn nicht? Weil der texanische Bundesstaat sagt, mir egal, wer hier Waffen hat, aber leider hat Washington da was gegen. Washington sagt nämlich, wie, du bist jetzt noch keine Green Card? Ja, dann kannst du hier leider keine Waffen kaufen. Also wenn du ein Immigrant bist, darfst du quasi nur als Staatsbürger oder mit der Green Card. Darum Federal Law Waffen kaufen, führen und besitzen. Also ich könnte das kaufen, könnte ich umgehen, weil es gibt so Sets, die man sich zusammenbauen kann, die offiziell nicht als Waffe gelten, aber dann besitze ich halt eine und dann habe ich das Gesetz gebrochen. Und das wäre dann gleich eine Felony, also in Deutschland, das wäre dann eine Straftat statt Ordnungswidrigkeit und dann brauche ich nicht mehr mich einbürgern lassen. Aber du kannst überall mit einem kurzen Video dich in einer Shooting Range Waffen mieten und daraus schießen. Und das hast du auch schon getan. Das will ich auf jeden Fall nochmal machen, aber vielleicht nicht das Wochenende, den wir mal gucken. Da muss die Planung für die Wochenenden starten immer so gegen Mittwoch. Deswegen noch keine Ahnung. Ja, also Waffen warten dann bis zur Green Card quasi. Waffen müssen warten, wobei Messer kannst du ganz normal haben. Messer darfst du auch quasi überall in Texas führen und es können auch Springmesser und sonstige Messer sein. Alles gut. Das ist mir nicht so hier. Smappy fragt. Musst du nicht jedes Mal kotzen, wenn dir jemand sagt, bla 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 ist etwas so groß wie ein halbes Fußballfeld, morgen wird es 20 Grad wärmer als heute. Sonstige Aussagen, die Yard enthalten. Hat noch nie jemand gemacht. Das Lustige ist, Amerikaner wissen, dass ihr imperiales System eigentlich scheiße ist. Und dann stehen sie immer da und denken mir, warum nimmt der nicht das metrische System? Das ist einfach einfach. Dann sagen sie, ja, es war schon immer so. Aber mich hat auch keiner mit einem Fußballfield oder so. Ich habe auch keine Ahnung, wie groß ein Footballfield ist übrigens. Keine Ahnung. Oder ein Baseballfield oder so. Und Yard hat auch noch keiner verwendet. Und eigentlich sagen die Leute in Fahrenheit halt, wie heiß es wird. Und ich, wie viel heißer das gestern wird. Ja. Ja, nee, das ist ja okay. So, jetzt haben wir eine ganz berühmte Frage, die immer wieder kommt, wenn man die Community nach Fragen fragt. Ich führe sie immer in voller Länge aus, nicht nur in dieser verkürzten Form. Hast du dir schon mal ein Gemüse, wie zum Beispiel eine Gurke oder ein Rettich eingeführt? Das ist mir noch nicht vorgekommen. Nein, leider nicht. Sehr gut. Aber vielleicht kann der Fragenersteller, mit dem ich irgendwie letzter Zeit Stress zu haben scheine, ich weiß noch nicht warum, fragen oder mir beantworten, warum er das denn so dringend wissen will. Das ist halt, das ist halt, das ist Drachensprechzeug, halt Internetsprechzeug, ja. Ja, TextEvatorism, vielen Dank dafür. Metal Yoshi86 fragt, kannst du dir in Texas als Nicht-US-Bürger zu den gleichen Bedingungen knarren kaufen und nutzen wie Einheimische? Ich glaube, die Frage ist beantwortet. Ja, mit Green Card ansonsten, nein. Wirst du dich mit der, Gems fragt, wirst du dich mit der Libertarian Party Texas in Verbindung setzen? Vielleicht mal in der Zukunft, aber aktuell, solange ich noch nicht selber in meinem Apartment wohne und alles geregelt ist, lasse ich das erstmal ruhen, weil erstmal die privaten Themen vorgehen und wenn das alles steht, dann könnten wir ja mal auf die Seite gehen und mal gucken, ob da irgendwelche lustigen Gesellen unterwegs sind. Mitker fragt, darf man mit einem deutschen Führerschein der Klasse B in den USA Motorrad oder LKW, in Klammer Privat, fahren, beziehungsweise wenn man ihn umgeschrieben auf einen amerikanischen Führerschein umgeschrieben hat? Entweder habe ich die komisch vorgelesen oder die ist komisch gestellt, aber die Frage ist, darf man da mit dem Klasse-B-Führerschein, in dem man ja in Deutschland kein Motorrad fahren darf, in den USA Motorrad fahren? Das ist eine gute Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Ah, okay. Das weiß ich aktuell nicht, aber wenn es so wäre, wäre es eigentlich ziemlich cool, dann würde ich mir ein LKW noch holen. Heimatloser. Ich weiß nicht, Bescheid. Heimatloser fragt, ist in den USA wirklich alles größer? Mein Penis ist um sieben Yard gewachsen. Entschuldigung. Also ja. Ein Yard sind 2,54 Zentimeter für die. Ja, aber wo wir schon bei LKWs sind, die Autos sind auf jeden Fall größer. Die Parkplätze sind größer, die Portionen sind also quasi ja. Also alles, was du so ein bisschen encounterst, ist ein bisschen größer, außer die Leute. Also die Leute sind so groß wie Deutsche auch. Es gibt, was mir auch gefallen ist, es gibt so ein Land der Gegensätze, ne? Also du findest entweder, du findest hier entweder bei den Menschen entweder extrem fette oder extrem trainierte. Aber dieser Middle Ground, so normal, wie, ne? So wie ich, oder. Oder du wolltest du sagen, hast du überlegt, ob das eine Beleidigung wäre, weil ich doch ein bisschen trainiert bin? Ja, ja, nee, nee, weil du ja trainierter bist. Ja, deswegen habe ich dich da jetzt ausgenommen. Ja, alles gut, ich bin aber noch nicht auf dem Level. Okay. Die gibt es im Middle Ground gar nicht. Den gibt es hier nicht. Also entweder du bist fett oder ultra trainiert. Mhm, krass. Und das hast du, siehst du hier bei ganz, ganz vielen Dingen, auch bei der Einkommensverteilung und so weiter. Es ist schon anders. Mhm. Ja, krass. Das Land der Gegensätze. Eine wahrscheinlich sehr ernst gemeinte Frage von MFK. Wie viele Leute wurden in deiner Straße die letzten paar Wochen erschossen? Lustige Story. Ich dachte, du sagst keiner, aber... Nein, nein, in meiner Straße wurde keiner erschossen. Was ich interessant fand, ich habe mal, seitdem ich hier bin, natürlich im Großraum Dallas, also wir reden jetzt über dreieinhalb Millionen Leute ungefähr, ne? Ja. Also die ganzen Städte, die an Dallas dran. Ich habe da mal geguckt und gesagt, okay, wie viele Sachen mit Waffen passieren hier? Also wirklich passieren. Es gab, seitdem ich hier bin, zwei Monate, zwei Fälle. Mhm. So, das eine war ein Ehemann bei sich zu Hause, der seine Frau bedroht hat, ist aber nichts passiert. Polizei kam, festgenommen, weg. Ja. Null Tote, null Verletzte, alles gut. Das zweite war, ähm, eine, auch eine Frau diesmal, die war an einem, nicht am Hauptflughafen, sondern so einem kleineren Flughafen außerhalb. Gab Lawfield war's, also Dallas Lawfield heißt der, glaube ich. und hat da eine Waffe am Flughafen gezogen und in die Luft geschossen. Oh krass. Und die wurde dann da, also nur in die Luft, die hat keinen erschossen, der war so Wahnsinn. Die Leute gehen davon aus, dass die Selbstmord begehen wollte, weil, was macht natürlich der Flughafenmensch, der erschießt die sofort, weil die hat eine Waffe und schießt in den Flughafen. Ja. Das sind die einzigen Dinge, die passiert sind. Also es ist keiner bis auf die eine Frau gestorben. Und da geht man aus, dass das extra so gewollt war, dass es ein Selbstmordversuch ist. Also es war erfolgreich, der Selbstmord übrigens. Okay. Ja, krass. Ähm, dann fragt Heimatloser, mit den Zahlen kann ich überhaupt nichts anfangen. N-I-J-3 oder lieber N-I-J-3-A für den ersten Schultag? Ja, unbasiert. Sind das Schutzwesten? Mhm. Oder sind das irgendwelche Raketenwerfer? Ähm, also wir sind hier, wir sind hier natürlich, ähm, wir sind hier natürlich in Texas, deswegen brauchst du keine Stutzwesten, weil, äh, die Bevölkerung bewaffnet ist. So, weiter geht's. Sehr gut. Ähm, ich glaube, das nächste ist keine Frage, genau. Äh, Janis fragt, äh, wie viel Geld gibst du für deine Krankenversicherung aus? Das hatten wir, glaube ich, auch noch gar nicht, ne? Äh, ja, Krankenversicherung, ähm, aktuell bin ich, hab ich, also, ich bin ja übersendet, das heißt, theoretisch zählt man eine deutsche Krankenversicherung, die aber in den USA keine Leistung erbringt. Also, hat mein Arbeitgeber, ähm, also es gibt kein Sozialversicherungsabkommen mit den USA und deswegen fühlt sich halt die deutsche Krankenkasse nicht zuständig. Die amerikanische natürlich auch nicht, weil die sagt, du bist ein deutscher Angesteller, ist mir egal. Also, hat mein Arbeitgeber eine Zusatzversicherung gemacht mit dem Leistungsspektrum meiner Krankenversicherung in den USA? Also, ich hab jetzt gerade das, wenn ich den amerikanischen Vertrag bekomme, hab ich dann meine. Ich hab jetzt Kollegen gefragt, welche Versicherung sie haben, die wird ja über den Arbeitgeber gestellt, also zumindest die Auswahl, ganz inzwischen fünf verschiedenen Wellen, also bei mir. Dann gibt es auch viel mehr. Ähm, ich kann mich auch privat versichern und sagen, Arbeitgeber, ich will das nicht, aber es hat günstiger, wenn ich es über ihn mache. In der Regel kann man sagen, ich weiß von einem Kollegen, der zahlt zum Beispiel nur für sich alleine, der hat halt auch die Familie mitversichert, deswegen wird es dann natürlich teurer. Aber nur für sich alleine würde der 50 Dollar im Monat zahlen. Dann nochmal fünf für, ähm, Zahnarzt und fünf für, äh, Auge, also für, ne, Augenarzt. Das heißt, der ist bei 60 Dollar im Monat. Aber mit hoher Selbstbeteiligung wahrscheinlich auch. Ähm, der hat eine Selbstbeteiligung, aber das sind, glaube ich, im Jahr 1500 Dollar. Mhm. Also, maximales Risiko, was er hat, sind 1500 Dollar im Jahr. Ja. Wenn er krank ist. Also, die Krankenversicherung, es kommt echt drauf an. Wenn du keinen Arbeitgeber hast und krank bist, ist die deutlich teurer als in den USA. Als in Deutschland. Und hast, Entschuldigung, als in Deutschland, ja. Wenn du dauerhaft Medikamente brauchst, Diabetes, Insulin, zur Dialyse musst und deine Krankenkasse das nicht abdeckt, dann bist du auch deutlich, deutlich teurer. Aber wenn du einen Arzt aufsucht, der nicht in dem Netzwerk deiner Krankenkasse ist, rechnet der sich voll ab, dann wird es auch teurer. Wenn du aber alles beachtest und vielleicht nicht den schlechtesten Vertrag hast und auf alle Medikamente angewiesen bist, ist es tendenziell eher billiger als in Deutschland. Mhm. Es ist halt immer so eine Sache. Also, ich nehme einen Vertrag, der würde mich am Ende, kostet mich ungefähr 150 bis 200 Dollar im Monat. Mhm. Ich habe zwar auch noch eine Selbstbeteiligung, aber alles andere ist flat for free. Ich muss mich gar nichts kümmern. Ich habe die eierlegende Wollmilchsauvertrag mit ein bisschen Selbstbeteiligung. Mhm. Ja, muss ja nicht schlecht sein. Sozusagen, ja. Also, bei mir ist dann der Cap, glaube ich, 3.000 Dollar im Jahr oder so. Ich muss doch halt einfach 3.000 Dollar vorhalten können irgendwie. Ja. Das hat alles. Ja, und ich meine, am Ende, wenn du es dir dann auf einen Monat umrechnest, bist du ja bei unter 300 Euro plus die 200, die du vorauszahlst oder 150, bist du auch nicht teurer als in Deutschland. Richtig. Ja. Bloß, dass du hier einen Termin bei deinem Arzt bekommst. Ja. So ist es. Dann kommt nochmal eine Frage von, achso, Entschuldigung, ich habe jetzt bei einer Missmarktradikal überflogen hier. Lebenshaltungskosten und Überschuss nach Abzug aller Fixkosten höher oder niedriger für dich? Also, ich nehme an, inklusive Steuern, Wohnen und so weiter. Aber das ist jetzt auch noch nicht so 100% sicher, weil du ja noch nicht die eigene Wohnung, ist zwar jetzt eine eigene Wohnung, aber. Ich kenne die Preise aber einigermaßen hier in der Region. Also, ich mache es mal um, also, es kommt etwa aufs Gleiche raus, etwa, wenn ich das gleiche Gehalt haben würde wie in Deutschland. Ja. Das heißt, wenn ich einfach nur das deutsche Gehalt transferiere, in Dollar umrechne, was ja zum Glück 1 zu 1 ist, deswegen ist es einfach, 1 zu 1 Dollar umrechne und sage, okay, jetzt zahle ich statt, jetzt zahle ich nur noch die amerikanische Steuer, amerikanische Steuerversicherung, dafür zahle ich die Krankenkasse und die höheren Preise für alles, dann kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Der Unterschied ist aber, das Lohnniveau in den USA ist deutlich höher. Also, ich werde in Dollar ungefähr das Doppelte kriegen, wie ich in Euro bekommen habe. Ah, okay. Das heißt, ich komme deutlich besser weg, weil das Lohnniveau höher ist. Mhm. Ja, das ist der Unterschied. Also, aber wenn ich es einfach nur übersetzen würde, wäre es quasi das Gleiche. Mhm. Die nächste Frage ist praktisch identisch. Aquila, was verdienst du ungefähr, was hast du für den Lebensunterhalt an Kosten und was an Abgaben in welcher Höhe? Also, das haben wir, glaube ich, über den gesamten Podcast schon ausgebreitet, ne? Ja, ich könnte noch kurz sagen, was ich dann verdienen werde ungefähr. Also, es wird sechsstellig sein. Alles, was hier mit IT zu tun hat und irgendwie nicht gerade, keine Ahnung, eine ästende Steckerleiste montiert, ist hier quasi schon, quasi irgendwie schon sechsstellig. Mhm. Sobald du ein bisschen was mit IT kannst und eine gute Arbeit gebracht hast, bist du eigentlich quasi sechsstellig. Und du hast viel mit Prämien hier auch. Also, du kriegst ein fix gehalten Prämien normalerweise immer. Okay. Erfolgreich Wissen fragt, wann geht es zur AK-Guy oder zur Demolishia? Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, sind das Schießveranstaltungen? Ich muss dir ehrlich gestehen, ich weiß es nicht. Okay, gut. Ich bin erfolgreich unwissend im Gegensatz zum User. Und die Anarko-Nava. Also, es gibt ja hier nicht, also auch in der Gegend Austin, wo die Deutschen, die Texas-Deutschen sitzen, gibt es ja diese, diese, diese eine Anarchisten, ähm, das ist ein Anarchistentreffen hier in Texas. Äh, ja. Anacapulco? Ist das in Texas? Nee, das ist ja in Mexiko. Es gibt ja auch so ein Anarchistentreffen. Aber, ähm, das ist irgendwie unten, äh, auch in, das war, glaube ich, dieses Jahr schon, und das ist unten in der Nähe von Austin. Mhm. Da, da plane ich vielleicht nächstes Jahr mal hinzugehen, aber das muss ich mir nochmal angucken, wer da kommt, ob ich da Connections finde. Hast du schon mal überlegt, Texas-Deutsche zu besuchen? Fragt Kool-Aid. Hatten wir ja schon geklärt. Wenn mal Zeit ist, fahren wir mal nach Fredericksburg runter oder in die Gegend. Dann fragt Cynic nochmal, wie viele Leute, äh, die dein Eigentum betreten haben, hast du schon erschossen, da du keine Waffe hast? Na, keiner sich traut, das Eigentum zu betreten. Ja. Ähm, dann nochmal eine Scherzfrage, wie viele Waffen hast du mindestens in einer Gun-Free-Zone dabei und, äh, wie gut triffst du auf 25 Meter? Also die letzte Frage kannst du wahrscheinlich beantworten, aber die... Die letzte Frage kann ich beantworten, also 25 Meter treffe ich sehr zuverlässig. Ähm, sagen wir mal, an der Handgröße. Okay. Dann, äh, Taxi-Vertorism nochmal. Äh, jetzt weißt du ja hoffentlich, was es ist. Hast du dir schon mal Truck-Nuts gekauft? Noch nicht, aber danke der Frage, ähm, Taxi-Vertorism. Ich werde mir mehrere davon kaufen, weil ich mir mehrere Trucks kaufen will. Und welcher Tesla ist der beste? Der Chevrolet-Tesla. Kannst du mir noch erklären, was Truck-Nuts sind? Du hängst sozusagen an die Anhängerkupplung, äh, des Pickup-Trucks hinten, ähm, eine, ja, wie heißt es denn? Eine, eine Vorrichtung ran, nenn ich es mal. Aha. Aber, äh, die aussieht wie zwei, ähm, äh, wie Hoden. Wie ein Hodensack. Ach so, okay. Alles klar. Wenn du fährst, wackeln da zwei Hoden hinten an deinem Auto. Okay, okay, jetzt kann ich mir was drunter vorstellen. Äh, dann fragt Cool-Aid, ist das Tankstellengras gut? Ähm, in Tech, das ist, äh, gibt es kein Gras, ist nicht legalisiert. Aber, da ja Oklahoma nur 40 Minuten von mir entfernt ist, ist da, da ist Glücksspiel und Gras legalisiert, könntest du das dort kaufen, konsumieren und wieder zurückfahren, wenn du Bock hast, ähm, und Glücksspiel machen. Das gibt es beides in Texas leider nicht, deswegen weiß ich nicht, ob das Tankstellengras gut ist. Ich bin auch noch nicht nach Oklahoma gefahren, die Kollegen waren mal da, ähm, im Casino, aber ich muss es noch tun. Irgendwann. Sehr gut. Ich kann auch noch keine Aussage treffen. Marvin fragt Bodycount bisher. Jetzt weiß man nicht, welchen er meint. Ja, ich weiß auch nicht, welchen er meint. Also, wenn du den standardmäßigen Tinder-Bodycount meinst, dann leider nur eins, äh, weil zwei, zwei wäre gestern gewesen, aber leider gab's, äh, gestern Komplikationen. Ja. Deswegen hab ich heute frei und kann heute mit unbasiert einen Podcast aufnehmen. Ähm, aber, also heute ist Montag, für die, die es nicht wissen, und Sonntag hätte ich ein Date gehabt. Aber leider, unfortunately, hat man nicht Corona bekommen. Zumindest ist das, was sie sagt. Äh, ich kann's natürlich nicht überprüfen. Bis du nicht mit dem Stäbchen hingegangen hast und einen Test gemacht. Das heißt, äh, wenn sie sich nicht mehr meldet, heißt es, sie hatte keinen Bock auf mich. Und wenn sie sich nochmal meldet, hieß es, sie hatte wirklich Corona. Deswegen warten wir einfach, bis sie sich meldet. Und die letzte, die letzte Frage wäre von Metos. Wie kompliziert ist die Einführung von Waffen, die du bereits in DE erworben hast? Ist natürlich jetzt auch wieder eine Frage, die, die schwer zu beantworten ist aus Erfahrung, weil du da ja keine mitnimmst. Ja, ich hatte, ich hatte, ähm, meine Armbrüste habe ich ja veräußert. Also, meinem Vater habe ich eine geschenkt und ich habe ja an einen, einen marktradikalen Mitglied meine Adder verkauft. Ja. Ich habe, äh, ich habe ein paar Messer mitgenommen und die Einfuhr war sehr reibungslos, weil du musst nur gucken, in dem Staat, in dem du landest, wie die Waffenvergesetzgebung ist. Und da die in Texas deutlich relaxter ist, als in Deutschland, war es überhaupt kein Thema, die deutschen Messer mitzunehmen. Hat auch niemand nachgefragt. Wir waren einfach im Koffer drin, also natürlich im Aufgabe-Gepäck, ne? Ja, im Handgepäck geht es natürlich nicht, ne? Ähm, war aber überhaupt kein, also kein Schwanz nachgekrät war drin, war alles gut. Also, kann mich nicht beschweren. Na, zu Schusswaffen können wir keine Aussagen tätigen. Aber vielleicht, vielleicht mag das ja jemand in den Kommentaren beantworten. Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Äh, haben wir noch was? Habe ich noch, äh, Fragen an dich? Wir haben jetzt auch anderthalb Stunden voll mittlerweile. Ja, siehste mal. Oder hast du noch Eindrücke oder irgendeine Story, die du erzählen möchtest, die dir am Herzen liegt? Ähm, ich finde es schön, dass die Leute hier, ich habe es vorhin schon mal andeuten lassen, wirklich wissen, dass, sagen wir mal, oder zumindest das Ausdrücken, dass der Staat eher der Problemverursacher ist und dass man vielleicht nicht immer auf ihn hören sollte. Und das finde ich halt sehr, sehr angenehm hier. Und ich weiß auch, dass das hier nicht der, der, der Himmel für alle Libertären ist. Ich meine, hier gibt es auch Gesetzgebungen, wo du sagst, was zum Fuck. Mhm. Äh, aber im Vergleich zu Deutschland, ich, ich bereue es bisher nicht. Also, ich bereue es wirklich gar nicht. Das Einzige, was weh tut, ist das Wetter draußen. Wenn ich jetzt gleich dampfen, gehe ich auf den Balkon brechen, mir wieder die 40 Grad rein. Und ich schaffe es wahrscheinlich, die Züge zu nehmen und gehe wieder rein, weil ich nicht mehr kann. Ja. Aber eigentlich kannst du dich nicht beschweren. Und ich habe abgenommen, seitdem ich hier bin. Wichtig. Das trotz Fastfood. Trotz Fastfood. Ja, aber ich esse ja nicht jeden Tag Fastfood insofern. Ja. Na gut. Ja, aber dann freut mich, dass du es bisher noch nicht bereut hast. Also, sprechen wir uns in einem Jahr nochmal wieder, wenn du nochmal mehr Erfahrungen hast, wenn du dein Visum hast. Also, wir sprechen uns am Sonntag wieder, aber... Wir müssen halt mal gucken. Wir haben überlegt, noch eine zweite Folge aufzunehmen, wenn ich so komplett gesettelt bin. Das waren jetzt die ersten Eindrücke, immer nach eineinhalb Monaten, sagen wir mal, grob. Das waren so die ersten Eindrücke. Und dann schauen wir mal weiter, wie es dann so vielleicht nach einem Jahr oder zwei aussieht. Und dann bin ich entweder schon erschossen worden in der Hochschule oder... Wissen wir nicht. Schauen wir mal. Wir werden sehen, genau. Ja gut, dann danke ich dir für die Einblicke und für deine Zeit. Und was hast du gleich noch vor? Ich gehe natürlich ins Fitnessstudio, weil es ist ja umsonst. Ist ja umsonst. Ist ja wie bei die Kommis. Ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt knapp 14 Uhr, jetzt einmal dampfen, dann wahrscheinlich für das Fitnessstudio fertig machen. Und dann rüber, es wird eine Stunde, zwei dauern. Da ich auch frei habe, gucken, ob sich noch ein Mädel meldet auf diversen Plattformen oder nicht. Und ansonsten heute Abend einen Film reinknallen und die Sache ist gegessen. Oder an Pool. Pool war auch schön gestern. Pool war auch gut. Den habe ich ja gesehen. Der sieht schön aus. Der ist leider nicht tief. Der hat nur 4 Feet Deep. Deep? Deep, ja. 4 Feet sind 1,40 Meter ungefähr. Der ist nicht tief halt. Zum Planschen. Ja. Ja gut, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Und den Zuhörern und Zuschauern auch noch ebenfalls einen schönen Tag, schöne Nacht, wann auch immer ihr hier zuhört. Gut, dann auf Wiederhören. Ciao, ciao. Ciao, ciao.